Dwayne, vielen Dank für deinen Prime, Digger. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Müsste vielleicht bald mal so eine volle Wegelung. 18.000 Umdrehung. Müsste vielleicht auch mal so einen Sub-Counter hier reinmachen. Ah, da sehen dann vielleicht, oh, der hat ja schon viele Sub. Nö, da prime ich nicht mehr rein. Ah, hoffentlich übertreibt es jetzt. MyCamp ist aktiv. Weil wie geil mal das Getriebe bei dem Bentley sieht, ne? Das ist schon fett. Das ist schon fett. Ähm, wir hatten den Disconnect. Rapid Twin. Die Sounds sind ja aber ganz schön wild, oder? Hier hört man halt einfach... Ah, Ray! Bruder! Oh, der Hilbert ist jetzt nicht hinter uns. Doch, der war hinter uns. Alex, null! Oh, jetzt sind wir ja komplett falsch. Ja, das muss nicht zwingend an der ACC liegen, Rapid. Also, bei uns war es halt aber sein Internet. Ja, Xenthrin muss aber jetzt aufpassen. Also... Ah, das ist halt wild. Jört ihr ja hier oben auf dem Berg, willst du eigentlich nicht haben. Genau das meine ich nämlich. Muss halt wirklich aufpassen. Ja, der hat heute auch ein Disconnect. Und der hat ganz... Was war denn das für eine Art Disconnect? Ist der vom Server geflogen, oder? Weil wir hatten... Bei Simgrid hatten wir auch das Problem, dass der Fahrer selbst... Oh, Xenthrin. Jetzt könnte er wieder Tschüss Xenthrin schreiben. Dizzy Chat. Jetzt könnte er wieder winken. Oh, Mann. Also, ich lache jetzt nicht darüber, dass er abgeflogen ist. Aber jetzt... Ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt nicht böse gemeint, oder so. Ich finde dieses E-Mode einfach nur so geil. Ähm, können wir gucken? Ne, können wir nicht gucken, weil ich nicht scrollen kann. Ich kann nicht scrollen. Verdammt. Moment, ich krieg mal raus. Ich kann immer noch nicht scrollen. Das ist sehr belastend. Also, ich kann dir das nicht sagen. Ja, die sind genau hintereinander. Ne, sind sie nicht. Also, Platz 2 wurde überrundet. Ah, der Bentley vor uns ist halt schon belastend. Ja, Dennis und Bethers, die sind einfach eins. In Verbindung mit einem Audi. Die sind einfach... Die sind einfach eine Symbiose eingegangen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe eigentlich gedacht, ich schieße ihn ab, oder? Weil es eigentlich gibt mehr Beef. Achso, ja. Mehr Beef für alle. Mehr Beef für alle. Beef schmeckt gut. So, weiter mal. Keine Ahnung, Rapid Twin. Ich weiß nicht, wie viel der da gefahren ist. Aber der ist immer relativ schnell, schnell. Ja, gut, auf Platz 2 sitzen halt jetzt auch keine Nasenbohrer, da muss ich sagen. Das muss man halt unter dazu sagen. Ja, ja, hallo, habe ich ja gesagt. Die Hondas sind alle disconnected, keine Ahnung. Also, einen haben wir noch auf Platz 15. Müssen wir weiter, müssen wir... Wir können ja mal... Ne, wir scrollen nicht durch. Oder scrollen wir mal durch. Komm, wir gehen jetzt mal einfach durch. Also, hier haben wir einen auf Platz 4. Das ist der Schnelle. Hat aber eine 10-Sekunden-Strafe. Platz 15. Platz 30. Ja, 30 ist auf Platz 30. Ja, Mann. Ja, das war's. Wir haben ja nur drei. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist. Können die mal bitte schneller machen? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sie fühlt sich halt jetzt komplett anders an zwei stunden mario der ist ja das geht also kaputt dass es dann per escape in die box befördern musste ich glaube luftdrücke sind zu mario ich glaube schon aber wir sind davon weit entfernt selbst wenn würden wir da wahrscheinlich darauf verzichten also ich persönlich zumindest ist ja 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 Hallo Davusa, ich wollte euch bloß mal zeigen, dass das geht. Es gibt nur einen Weg, der ist nach vorne, hat man noch ein paar kleine Wandkontakte, bei nahen Unfälle. Okay, Luftdrücke müssen wir auf alle Fälle anpassen, viel zu hoch. Wann übernimmst du, Michel? Nach dem Sinn von Ray halt jetzt, halbe Stunde schätze ich. Okay. Hier ist ja schon gut kühl geworden, 18 Grad. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Oh, da stand nach Dipper einer links komplett quer. Hat das überlebt? Ja, ja, ist rechts noch dran vorbeigekommen. Voll, ich scheue gerade und sehe einfach nur das stehende Auto. So. Haha. 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 Jetzt, glaube ich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. Aber das sind irgendwie für mich schon wieder Temperaturen, wo das Auto schon wieder so schmiert. Echt? Ist es schon nicht mehr? Ja, nee. Also so wie ich jetzt gerade fahre, ist nicht geil. Okay. Der Ferrari hat echt ein enges Temperaturfeld. Doch, ich habe es gerade warm. Ich bin da aber glaube ich noch nie länger als 10 Runden gefahren oder so. Verhält sich das Auto über den ganzen Stint gleich aber? Ja, verhält sich gleich. In den letzten 3, 4 Runden fängt es vielleicht ein bisschen mehr an zu rutschen. Also da musst du aufpassen, dass die Wände nicht zu nahe kommen. Aber ansonsten ist es komplett gleich. Soll ich mal anrufen, Davos? Mal fragen? Ja. 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 Wie macht denn das nur mit Map 1 zu 3? Das ist glaube ich mittlerweile jetzt vollkommen wurscht. Alles einfach ballern. Also Way und ich haben es immer so gemacht, dass wir drei Runden zu Anfang mit Map 3 gefahren sind, sodass man in Ruhe erstmal reinkommt, bis sie die Reifendrücke aufbaut und dann mit Map 1 dann geballert. Und denkt daran, gegen Mitternacht die Bremsen dann zu wechseln. Ja. Du, du hast jetzt nicht mehr im Auto. Ja, okay. Also ist es wahrscheinlich Ray oder Deezys Aufgabe. Aber man kann das auch später machen. Okay. Okay. Weil du hast ja den Disconnect zwischendrin. Stimmt. Hast recht. Stimmt. Da war ja was. Meint ja nur. Ja, richtig. Hast recht. Ah, okay. Schwarze Buckner. Alles klar. Alles klar. Alles klar. F drowned. Alles klar. Alles klar. Nej. F utility. Nommische gut zum TX. Drei Untertitelung. BR 2018 Guter Bentley, macht freiwillig Platz. Untertitelung. BR 2018 Und das ist was? Wenn dann Regenlicht. Doch, mir stört aber das blaue Innenraumlicht. Ich mag das nicht. Untertitelung. BR 2018 Neun Runden noch, Michel. Oder vielleicht auch nur acht. Keine Ahnung. Ich bin schon am Warporn. Ich bin schon am Warporn. Copy. Ich bin schon am Warporn. 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 Ich habe gerade verstanden, du hast dich ins Mikrofon gepupst. Gehustet, nicht gepupst. Ja, da sind sie wieder die Ausreden. Das würde sich doch ganz anders anhören. Ich bin schon am Warporn. 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 Weil Ava den Disconnect hatte, deswegen hat das schwarze Mücken geschrieben. Hey, 1990, wir haben jetzt schon 18.18. Wir sind ja nicht bei Mabix Racing, schwarze Muppe. Getankt wird immer. Ich denke, meine Mucke ist hier noch an. Ich habe das gerade ausgemacht, ja. Jetzt höre ich das hier im Hintergrund. Die haben doch gerade dieses Wave-Gonwick-Treffen bei uns im Ort. Ja. Die haben halt mega laute Mucke. Okay, das hast du also bis zu dir. Krass. Ja, halt unten im Park. So, da gehe ich jetzt. Wo ist denn der? Ja, ja. Geh schnell auf den Server. Achso, ich muss ja gar keine Autosieren. Ist ja egal. Ist er nicht, schwarze Mücken. Weil nach einem DC hast du immer neue Reifen. Die ganzen Reifen werden resettet. Wie lange hast du jetzt noch? Ähm. Ja, laut Delta da sieben Runden. Das kommt vielleicht hin. Okay, also 14 Minuten. Okay, einmal bitte Lichtstufen durchschalten. Dankeschön. Da gehe ich jetzt in den Raum, mach den Mund was zu fressen. Dann bin ich am Start. Ähm. Ja, aber, aber sagt der Reifen in den Rücken aus. Ja, wenn er da ist, okay, ja. Ja, denkst du, dass wir noch 17 Grad droppen? Äh, 17 wird auf jeden Fall passieren, ja. Okay, aber dann machst du mal 0,1 mehr drauf. Okay. Also bis gleich. Chat, ich komm gleich wieder. Sama Chat, noch alle da? Élipter Covid 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 wenn du es bist 27 1 26 3 26 8 26 2 26 3 26 8 26 2 korrekt Sprit ist nachgetankt Sprit ist eingestellt Perfekt Dann noch Michael request und dann passt das Leck Umleckt es jetzt Das war nicht gut Das war nicht Das war nicht Das war nicht Mein linkes Handgelenk ist richtig broke erstmal kurz Pause Ja das kann ich gut nachvollziehen Ja das war nicht Das war nicht ig Und dann Die Der Der Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Junge ja schon aber ich habe halt den den verrat nicht ausgewählt als ob der das nicht automatisch macht grüß dich Trinkie so die sich hätte ich muss euch aber jetzt zu machen oder muss ich euch zu machen das so klein öffnen lassen kann ich euch macht das jetzt einfach mal so ja dann lese ich immer eine textseite also wenn ich komplett ausrastet kann ich den chat noch ein bisschen lesen du sollst fahren und ich hätte lesen ja fahr halt mal ohne chat nee das geht nicht kann ich ohne chat fahren solange du nicht auf dem berg liest wieviel runden hat ray noch chat ja ich versuche wirklich auf den geraden mal ein chat rein zu gucken woher hilbert ist wieder hinter uns und wir haben bloß eine runde rückstand zu platz 35 also ich weiß jetzt nicht ob die schon an der box waren ich denke dass die nächste runde wird die in lab sein ok ok hoppy Hey Davusa, bitte hör auf das zu jinxen. Wie du das auch noch liest. Ich sehe alles. Meine Augen sind wie bei so einem Chamäleon. Das eine guckt oben rechts in den Jet und das andere auf dem Bildschirm. Jetzt stellt euch das mal bildlich vor. Ja, ich stelle mir das gerade bildlich vor. Irgendwie du mit mega riesen Klubsch-Augen und eins guckst dann nach oben. Eigentlich stütze ich gar nicht vorm Rig, sondern bin noch einen Meter weit weg. Meine Augen sind einfach nur so groß. Meine Hände und Füße und Arme. Ja, Musterknabe, Disconnect, Unfall, Durchfahrtsstrafen. Einmal das komplette Bankett hast du verpasst. Das würde ich untersuchen lassen. Äh, untersuchen. Habe ich gerade unterruhen lassen gesagt? Nein. Habe ich schon untersuchen lassen gesagt. Ja, okay, ich bin schon völlig fertig mit der Welt. Ich bin noch nicht eh ein Stück gefahren. Das kann ja gleich was werden. Reifen eingestellt, Sprit eingestellt. Ja, das ist eingestellt. Fahrer requested. Das siehst du ja. Was willst du? Bremsverlangen 53 bitte. 73, Alter. 53? Ja, 73. Ich habe schon gehört. Ja, genau. Ja, 35 habe ich gesagt. Ja, 35 habe ich gesagt. Ja, 35, alles klar. Ja, Lina, aber da passt das Auto nicht dazu. Wenn du gerade was getrunken hast. Wow, Alter. Jo. Kommt mal anders gefahren. So. Kann sich glaube ich muten oder? Auch nicht. Mir egal. Ja, ich bin da. Alles cool. Und muten hier in Discord. Ja, Bock hoch. Foules Pack. 20. Achso, das Auto muss ich selber starten, ne? 10. Ne, ich versuche es dir anzumachen. Kannst gleich Gas geben. Drucker, vielen Dank für den Einsatz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, war zu spät, sorry. Perfekt. Bis dann. So, ich habe jetzt wenigstens mal die zwei Hühner hier gemutet. Ah, jetzt müssen wir hier noch schnell rückspiegeln. Ah, vielen Dank nochmal für deinen Sub, Drogon. Dankeschön. So, ja mal gucken. Ähm. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit mal im Chat laberst, was ich dir nicht empfehle, dann mutest du dich hier. Perfekt. So, wieder da. Schöner sind wir ja auch, weil ich nicht viel gesehen habe, weil ich währenddessen nicht da war. Ah, da waren ein paar richtig wilde Aktionen dabei. Leute, bitte habt ihr das geklippt, diese Aktion, wo die anderen auch vor mir quer standen oder vor mir abgeflogen sind. Ey, das war jedes Mal so Millimeter-Full-Vollbremsung, Auto gerettet, alles gerettet. Also warst du dann auch der Neo? Äh, ja, in dem Fall kann man das so sagen. Ey, ich bin genau da, wo jetzt Michel ist. Ja. Ähm, also die Doppel-Links, genau vor mir, vor der schnelleren Links, also der zweiten, vor mir dreht sich ein Bentley einfach weg, quer über die Straße, genau vor mir, so 10 Meter vor mir, und ich so, fuck, Vollbremsung, da ist eine Lücke, direkt reingediped. Und ich so, weiter geht's. Ah, Alter. Oder auch hier, bergab, steht einfach ein Nissan komplett quer. Mhm. Und ich so, ja, okay. Krass, dass wir jetzt schon in den Bereich kommen, wo die Fehler passieren. Ah, ist jetzt auch stockduster geworden, ey. Moin, moin. Ja, das ist jetzt gerade richtig ungleich. Es ist schade, ey. Ich habe eine richtig gute Runde, aber da musste ja natürlich wieder an einem vorbei. Durch den Verkehr aber ist egal. Pace war echt gut. Ja, Jensel und gerade auf der Bremse, wo der Ferrari so scheiße eigentlich ist. Habe ich da echt einige Manöver gerissen, ey. Aber immer das gleiche Schema, ne? Es hat immer funktioniert. Voll geil. Merke ich mir. Jetzt mache ich jetzt die ganze Zeit so diese Bohlenmanöver. Damit rechnen die alle nicht. Hören wir, es muss ja auch mal bei uns mal funktionieren. Ja. Ne, ich habe immer... Wie machen wir das jetzt mit dem Maps? Ja, ballern. Okay, ballern. Okay, ballern. Wer dann? Verstanden? Ähm. Was wollte ich sagen? Äh. Einmal sogar fast die 2-0-0 geschafft. Boah, krass. Nice. Was? Ja, ja. Am Delta lags übel oft. Aber... Es ist halt, weil es im Rennen... Es gab ein paar Mal auch die Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich könnte jetzt noch mal mehr. Aber ich habe trotzdem hier und da immer doch mal wieder ein bisschen gelupft. Weil, was ist es mir wert im Rennen jetzt? So, am Ende dann zu sagen, geil, ich bin der Schnellste und dann blanke ich doch einen, dann habe ich ja auch nichts. Ja, richtig. Das soll jetzt Michel machen, die Tiefenzeiten, der kann das auch. Richtig. Warum ja nicht über... Spekulieren oder diskutieren, dass Michel der Schnellste von uns ist. Für mich war es einfach nur wichtig, sauber, unschnell, ohne Unfälle. Gut, einmal bin ich ja eingeblankt. In der Inlab so unnötig einfach. Habe ich nicht gesehen, von daher... Ja, er hat nicht viel Zeit gekostet. Es waren dann halt 10 Sekunden Zusatzreparatur drin. Die Runde selber war nicht mal so viel langsamer. Oh Gott. Der steht oben. Genau, Thomas. Die ganze Zeit bei mir. Warte mal, jetzt mache ich den Michel. Junge! Vorsichtig, Vorsichtig! Benelay! Benelay! Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal den Michel. Du hast! Ja, danke, Leute, für die Komplimente. Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen. Aber ich bin super zufrieden, glaube ich. Ich habe da jetzt echt so reingeschwitzt in diese zwei Stints. Weil ich gedacht habe, komm ey. Aufgeben gibt es nicht. Jetzt wird geballert und wer weiß, was noch geht. Am Ende will es auch nicht sagen, oh, hätte man doch früher angefangen wieder Gas zu geben. Deswegen war ich auch froh, dass mein zweiter Stint auch ohne Probleme lief. Ja. Ja, das läuft jetzt alles ohne Probleme. Jo. Oh, du hast dich da auch richtig gut angefühlt. Alles ist auch so krass. Als die, ja, bei mir, wo ich so gemerkt habe, jetzt ist die Dämmerung da. Und beziehungsweise ab dem Punkt, wo die Sonne nicht mehr geblendet hat, wo ich dann auch alles gesehen habe. Ey, Alter, das Auto hat einfach zehnmal mehr Grip als quasi beim Rennstart, wo es so heiß war. Das ist so krass. Und wie anfällig dieser Ferrari einfach für diese Streckentemperaturen ist. Das ist so krass. Naja, der geht jetzt richtig. Wobei, wenn es zu kalt wird, ist er auch wieder nicht mehr ganz so geil. Dann schmiert er gern. Ja, sorry, Leute. Vier Plätze sind wir am Ferrari dran. Ja, der war vorher mal irgendwie fünf Runden oder so vor uns. Also da haben wir noch eine Menge vor, bis zum Ende des Rennens, den sie bekommen. Jetzt sind so noch zwei Runden. Ja, siehst du mal. Ja, gut, die waren noch vorher 26. oder so. Die haben bestimmt auch irgendein Problem gehabt. Jo, da sind halt noch 31. Wenn die jetzt alle auch nochmal einmal disconnect haben, so. Den haben wir ja schon. Ja, der Ferrari ist eine Diva. Ich sag's immer wieder. Der Ferrari, wenn er funktioniert, ist er einfach nur das Ding. Aber wenn er halt nicht funktioniert, dann will er dich eigentlich nur töten. Da musst du so aufpassen. Und das Problem ist halt beim Ferrari, langsame Kurven. Da kann er plötzlich keinen Grip haben. Das ist komplett weird. Du fährst die Kurve rein, auf einmal Grip weg. Der rutscht einfach weg. In den Schnellkurven ist der Ferrari, wahrscheinlich mit dem McLaren und dem Porsche, wahrscheinlich die Grip-Monster. Ich meine, du musst überlegen, wir fahren Fünferflügel und sind, das habe ich jetzt mehrfach gemerkt, trotz Dirty Air fast gegen alle auf den Berg näher gekommen. Selbst Nils, äh, 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 ja. Nils halt. Ähm, Kling Müller. Kling Müller, jetzt bin ich ja oben auf dem Berg, ist mir nicht weggefahren. Also, deswegen, also das ist schon krass. Krass. Aber er ist halt, ja, einmal nicht aufgepasst. Tod. Sehe ich das richtig, dass ich so gegen 4.55 Uhr dran bin? Pima Daum? Ähm, ne. Ein bisschen zur Zögerung, aber. Ja. Und so eine halbe Stunde Verzögerung hat. Äh, 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 ja, du wärst um halb sechs quasi. 5.30 Uhr ungefähr. Ja. Dann, dann stelle ich meinen Wecker auf 4.30 Uhr. Ja. Dann sollte ich früher genug da sein. Also, bei mir macht es keinen Sinn. Ne, ne, aber bei mir wachs schon Sinn, weil sonst bin ich tot. Ne. Für diesen frühes Sinn. Weil im Prinzip hat er mich jetzt mal eins denn übernommen und dann kommt diese, dann mach ich wieder. Hm. Ne, gut, dann würde ich mich sonst verabschieden und mich dann ins Bett begeben. Ja, alles klar. Damit ich für den frühestend, äh, fit bin. Ja, alles klar. Perfekt. Haben wir deine Nummer eigentlich? Irgendwie. Ich hab's eben, ich hab's eben in Discord reingepackt. Äh, zwei, drei Zeilen nach oben. Unter deinem Post sozusagen. Ja, ja, ich seh's perfekt. 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 Danke dir. Okay. Gut, dann hau ich mich mal aufs Ohr. Ja. Und dann, würde ich sagen. Ja, dann gut, Lechtler. Bis, äh, später. Jo, bis später. Bis, äh, morgens früh. Ja. Bis, 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 ganz tief in der Nacht, ja. Ja. Ja, genau. Bis, bis gleich. Ciao, ciao. Jo, tschüss, tschüss. So, schnellste Runde haben wir auch schon mal. Oder Michel hat sie schon mal für sich geholt. Nee, das war nicht seine erste, beziehungsweise seine erste Freie. Ja, Michel, ganz ehrlich, da wollen wir gar nichts überreden. Michel ist einfach schon nochmal ein Stückchen schneller. Aber wenn ich bedenke, so viel bin ich gar nicht weg. Also, wir sind ja schon einige Rennen mit Michel gefahren. Also, da war ich zum Teil schon deutlich, deutlich langsamer als er. Von dem her, so viel fehlt ja nicht mal. 59er fährt, glaub ich, keiner am Rennen bei vollem Sprit. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber, ja, möglich ist alles. Der Honda vielleicht. Nee, das finde ich auch. Wir sind alle eigentlich gut fix unterwegs. Am Ende des Tages zählt halt die, wie konstant man halt einfach auch ist. Und wie fehlerfrei. Genau, genau rum will, so ist es. Danke dir, Jensi. Ja, Hunger habe ich auch. Ich muss jetzt auch nochmal gleich was essen gehen. Aber ich schwitze kurz mal aus und dann... Ja, mit Nils konnte ich auch stückweit mithalten, also mit Platz zwei. Fand ich auch ganz geil. Aber durch die Überrundung, die dann dazwischen waren, die ihm Platz gemacht haben und mir nicht, habe ich halt dann den Anschluss direkt verloren, leider. Aber so gesehen sind wir jetzt vor denen. Ray, Dizzy-Chat fragt, ob du sie offen hast. Äh, ne, habe ich nicht. Ich glaube, die wollen unterhalten werden. Ja, sie halt in die Mindset kommen, ist so easy. Ja, wenn Dizzy mit Gewinnspiel, Leute, herlockt, dann logge ich halt mit geiler Unterhaltung und verschwitzten Sein. Ja, hallo. Ja, danke übrigens allgemein auch für euren Support. Das ist wirklich, wirklich mega. Weil, ne, manch einer würde jetzt sagen, was? Disconnect, die sind letzter. Ja, ne, dann schalte ich ab. Das gucke ich mir nicht an. Der Spaß ist zwei Klicks entfernt, genau. Ja, Michael hat jetzt gerade echt ne gute Lücke. Zwischenzeitlich hatte ich auch gute Lücken, das war geil, aber die sind dann schneller irgendwie wieder nicht mehr da gewesen. Man fährt die manchmal doch ein bisschen schneller zu, als man denkt. Danke dir, Cray. Ja, ich finde es auch. Ich meine, wie gesagt, es sind jetzt noch 15 Stunden, also wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit. Und wenn, also Fingers crossed und Daumen gedrückt und was man noch alles machen kann, auf Backen gehauen. Ähm, wenn jetzt wirklich nichts mehr passiert und wir durchkommen, ey, das kann uns schon noch richtig nach vorne hauen. Wo ich das Auto noch nicht gefahren bin, also Sprit rausfahren mäßig. Ich glaube 90 Liter war mein Maximum. Ja, gib aber Gas. Auf Holz klopfen. Ja, Backen. Ich habe kein Holz, aber das hört man glaube ich nicht. Ja, der Cray, das kenne ich aber nur zu gut. Da willst du nur kurz irgendwo reingucken und irgendwie kannst du nicht abschalten. Das ist aber auch, finde ich, bei den Langstreckenrennen in Real Life. Ob das Le Mans, Nordschleife, egal was. Also gut, Nordschleife, wenn sie halt natürlich Pause machen, da gibt es ja nichts zu gucken. Aber sonst, ich kann da auch irgendwie nie abschalten, das ist echt krass. Klar, ich mache mal auch nebenher was anderes, aber ich lasse es immer an und komme immer wieder zurück. Irgendwie ist es echt super spannend. Okay, Michel geht richtig vorwärts jetzt, richtig stark. Aber erst mal auf, er kommt jetzt, wenn er das durchbringt, dann sage ich ihm was. Nee, Dave geht es nicht so gut. Er hat dann die Entscheidung getroffen, bevor er nur halbherzig fährt. Macht er lieber ein bisschen Renningenieur oder so, ein bisschen im Hintergrund. Ja, egal. Sehr gut. Knapp verfehlt. Okay, Stelda spinnt, glaube ich, ein bisschen stark gerade. Einen Stream von Michel? Gut. Streamt er nicht? Ah, ich hätte gedacht, er streamt. Ja, da frage ich ihn jetzt aber auch nicht. Ja, ist doch super, wenn Motorsport dich nicht interessiert, aber solche Events halt einfach unterhalten. Und ich glaube, das ist es halt auch. Man muss nicht unbedingt Motorsport begeistert sein. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere an diesen Events, gerade wenn wir Streamer sie machen, dass es halt einfach ein bisschen anders ist. Du verfolgst halt ein Team, eine Gruppe, das gibt es ja so im echten Motorsport auch gar nicht. Du verfolgst immer das ganze Rennen, das ist ja auch mal cool, aber dass es so direkt in einem Team drin sitzt, das hast du ja nur, wenn du wirklich Teil des Teams bist. Und ich glaube, diese Perspektive ist halt einfach so maximal spannend irgendwo. Und ich glaube, das ist so ein Konzept, was sie beim echten Motorsport echt noch abgucken müssen. Aber ich glaube auch in der Formel 1. Ich glaube, die Formel 1 könnte super spannend sein, wenn man ein Team mehr verfolgen könnte, mehr Details interne bekommen könnte. Klar, Problem ist halt, können sie nicht machen, weil dann würde ja zu viel Taktik den anderen Teams verraten. So, deswegen, das verstehe ich dann schon irgendwo. Aber ja, das ist halt das Besondere hierbei. Teil des Chats, Teil der Crew. Ich habe dich vor uns gesehen, wie du den ersten geschaltet hast. Macht das Sinn in der letzten Kurve? Also ich finde, der Turn ist das Beste. Der Turn ist das Beste. Der Turn ist das Rausbeschleunigen, aber nicht. Also ich gehe mal rein in den ersten, bevor ich wieder aufs Gas gehe, also in den zweiten. Also die Zeit schon eben zu wenig. Wir haben schon, also ich finde, der unter der Steuerteil Kurve 1 und der letzten, ja. Copy, copy, copy. Ja, danke schön in den ersten. Äh, Pisa, ich bin gerade eben gefahren vor Michel, vor wenigen Minuten, aber ich habe nochmal einen Doppelsinn später in knapp vier Stunden. Man sieht es, glaube ich, nicht wegen Trikot. Trikot. Also wenn ich jetzt ein weißes T-Shirt an hätte, würdet ihr sehen, wie durchgeschwitzt es ist. Oh, Vorsicht. Michel, boah. Das ist halt auch typisch Ferrari. Du gehst von der Last, die komplette Aerobalance ist am Arsch, das Auto wird übelst unruhig. Ne, das sei jetzt eigentlich, hätte man jetzt denken können, ja, easy, geh mal ein bisschen vom Gas. Aber hat man richtig schön gesehen ist bei Michel, wie das Auto so unruhig geworden ist. Deswegen jeder, der behauptet, Ferrari ist einfach auf der Strecke. Eins will der BMW, Digga, ohne Scheiß. Ja, alles gut, ist halt ein bisschen schwierig, wenn man da viel Gas geben muss beim PS. Aber es ist ja gut, dass ihr überlebt. Hat mein Trikot auch einen Spielannamen? Äh, ja, Moment, ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich hoffe, hat man es gesehen. Ich brauche Trikots immer mit Spielannamen. Ich habe keine Trikots ohne. Pettersson, ja. Ja, wie gesagt, das ist das Zweitliga-Trikot. Das war da, wo Pettersson auch quasi, obwohl er, er hatte ja keinen Vertrag in Freiburg, er war ja nur ausgeliehen von Bremen. Und dann sind sie ja abgestiegen. Und dann hat, dann hat Pettersson aber trotzdem gesagt, nee, Mann, mir hat so gut gefallen in Freiburg und mir ist es jetzt scheißegal auf Erste Liga. Und dann ist er trotzdem einen Vertrag gemacht mit Freiburg und ist mit in die Zweite Liga. Und dann sind sie direkt auch wieder aufgestiegen. Er war Torschützenkönig der zweiten Liga oder zumindest mal von Freiburg auf jeden Fall. Ja, und für mich war einfach so klar, wo diese Nachricht kam, dass, weil Pettersson war einfach halt gerade in jener Zeit ein Spieler, was über dem Freiburger Niveau war, würde ich sagen. Also über Zweitliga sowieso. Und dann halt zu sagen, nee, okay, ich scheiße auf Geld, ich scheiße auf alles, ich gehe da zu dem Verein. Ich fand das einfach halt so eine krasse Message. Und das hat, finde ich, auch einen übelsten Ruck durch den ganzen Verein gegeben. Also für mich war das einfach so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will auf jeden Fall ein Pettersson-Trikot haben. Ja, Punkuin, das ist halt richtig gut. Freiburg schlimmste Auswärtstour ever. Du meinst, wo du nach Freiburg gekommen bist? Ja, für den Gegner machen war es nicht schön, ne? Das war für uns schön. Punkuin, ja, ich finde auch. Also ja, klar sage ich das jetzt, weil ich Fan bin, aber auch so. Ich finde immer, ich bin, also gerade was jetzt auch Freiburg betrifft, höre ich mir halt echt super oft Spielerinterviews oder PKs und so an. Und ich erinnere mich halt noch an die ganz kurze Zeit vor, wo Markus Sorg Trainer war in Freiburg. Der war ja nur eine halbe Saison. Und das war halt echt, wo ich auch so gesagt habe, Mann ey, Alter, was für dumme Aussagen. Von Spieler als auch Trainer. Und das war auch so was, wo ich auch dann wirklich sagen, gesagt habe, unabhängig der Ergebnisse, die natürlich schlecht waren, wo ich gesagt habe, ey, das passt null. Und deswegen, ja, kann man glaube ich schon auch, trotz dass man Fan ist, sagen, ja, so wie es sich Freiburg gibt in den meisten Fällen, kann man schon sagen, ist ein Verein, wo man stolz sein kann, Fan davon zu sein. Klar, wenn man natürlich jetzt nur auf Erfolg aus ist oder so, ist natürlich Freiburg eine falsche Adresse. Freiburg geht es halt einfach nur darum, in der ersten Liga zu bleiben. Das ist für uns quasi schon der Champions League Titel, wenn wir die erste Liga halten. Und das sage ich wirklich so. Und da bin ich, stehe ich da voll 100 Prozent dahinter. Alles andere ist absoluter Bonus. Wie schön. Weiße Flagge bedeutet in ACC, dass es ein langsames Auto ist. Also, gelb ist klar Gefahr. Ich habe so kein Vertrauen in das Auto, wenn ein Auto vor mir ist. Und weiße Flagge ist, wenn ein langsames Auto durchgegenfällt. Tipp für mich? Was genau ist, dann ist das Auto wieder unruhig oder was? Ja, ich habe halt Angst, bei dem hinten dran zu bleiben. Verändert sich die Fahrlinie sehr oder wie ist das? Ja, du hast schon ein leichteres Heck. Aber versuchen minimale Lenkbewegung. Weil Korrekturen reagiert ja richtig böse. Also ganz minimale Korrekturen nur machen. Und ja, im Zweifel schlägt auch tatsächlich. Also der Ferrari braucht ein paar Gas. Oder halt auf dem Gas 50 Prozent Gas lassen. Also nie komplett runtergehen. Deswegen bin ich den ja auch immer so in die Fußur gefahren auf dem Berg. Weil ja, so blieb er stabil. Na gut, I try. Rani, ja dann riech dir liebe Grüße zurück raus. Sehr, sehr liebe Grüße zurück. Äh, Toriak, ja klar. Wobei das jetzt hier ein bisschen schwierig ist. Müssen wir bis zum nächsten Sektor warten. Können wir aber vorstellen, dass der halt immer noch eine Runde vor uns ist. Startnummer 109. Sehen wir die auf der Minimab vielleicht? Ja, der ist jetzt gerade da. Fährt jetzt auf die letzte Kurve gleich zu. Müsst ihr mal gucken, 109. Gleich letzte Kurve. Nicht bremsen, ey. Jetzt durchs Startziel. Ich glaube nicht, dass wir in derselben Runde sind tatsächlich. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Runde aufholen. Wollen wir mich gucken grad mal? Ah ne, doch nicht. Wir sind sehr... Also wenn Michel über die Linie fährt, sind wir mit derselbe Runde. Aber wir sind halt fast eine Runde zurück, ja. Perfekt. Genau so. Immer dran und dann per Luftstoß wegdrücken. Irgendwie habe ich das grad gedichtet, dass der dort gegen die Wand fährt. Ich hab nämlich alles gar... Ja, aber das ist mir auch das eine oder andere mal passiert. Oder einmal hast du es ja sogar gesehen. Irgendwie manchmal hat man da so ein Gefühl, dass er jetzt gleich abfliegt vor. Ja. Ich meine, Freiburg ist auch der Trainer, der größte Star und die Dresselandschaft ist im Vergleich zu anderen Standen und auch eher ruhig und wesentlich Wohlgesinn da einfach, weil da auch jeder weiß, was ein Klassenerhalt für ein Erfolg ist. Ja, das ist aber auch, glaube ich, weil keiner wirklich in Freiburg zu spinnen anfängt. Also im Sinne von höhere Ziele auf einmal zu setzen. Ich glaube, das ist einfach schon von Anfang an so die DNA vom Verein gewesen. Und dann kommt halt noch so diese badische Bescheidenheit dazu. Und ich glaube, das ist halt die gesunde Mischung einfach. Und das ganze Team, was halt da drum aufgebaut ist, denkt halt so. Und das ist halt, glaube ich, das Geile. Also es geht nicht mal darum zu sagen, der Trainer ist der Star. Also was er sagt, ist super oder so. Also da gibt es natürlich auch Kritik. Aber es wird halt nicht direkt die Trainerfrage gestellt oder so. Also klar, von manchen Fans manchmal schon. Aber gut, das gibt es halt immer. Aber ich glaube einfach, ja, wenn es keinen Grund gibt. Ich meine, ich sage es mal so, unabhängig jetzt von Freiburg. Ich glaube, heutzutage eine Mannschaft zu formen. Gute einzelne Spieler gibt es viele. Und ich glaube aber, gerade der moderne Fußball lebt so wahnsinnig davon, dass wirklich die Mannschaft zusammen gut auch spielt. Ja, da geht es gar nicht darum. Oh, was war das? Alter! Habt ihr auch gerade den AMG vor ihm gesehen? Hey, habt ihr das gerade gesehen? Ja, hab ich auch gesehen, Alter. Das ist ja richtig wild. Ich glaube, das schuft auf dem Berg. Das schuft auf dem Berg. Alter, was war das denn? War ein Porsche? Nee, das war der AMG da vorne, oder? Nee, das war der AMG da vorne, ja? Ja. Jetzt müsstest du so eine... Oh, geile Ehrenbruder. Jetzt müsstest du so eine Akte-X-Musik einspielen. Ja, ohne Scheiße, ey. Also B, äh, clipt das Mann und schickt das B für's Best auf einen. Und dann genau das, was Michael sagt. Er soll eine Akte-X-Musik da reinbringen. Einfach nur zu wild. Kackeschnift ist auf alle Fälle jetzt da. Grüß dich, Kapu. War gar nicht geil, ist das schon her? Nee, eigentlich nicht. Nee, wollte ich sagen, genau. Also, ich glaube halt einfach, um dieses Mannschaftsgefüge hinzubekommen, muss halt ein Trainer, oder überhaupt der ganze Verein, muss halt, glaube ich, einfach halt so eine Mannschaft aufbauen können, und das geht halt nicht von einer Saison zur nächsten, sondern das braucht in den meisten Fällen echt so zwei, drei Jahre. Ich meine, man hat es damals bei Klopp und Dortmund gesehen. Das hat auch nicht sofort funktioniert. Aber dieses Aufbauen hat halt echt geklappt. Und ich glaube, da sind halt viele Vereine nicht geduldig genug, sowas zuzulassen. Die wollen immer sofort den Erfolg. Und ja, und das ist, glaube ich, halt das große Problem, warum diverse Vereine so oft den Trainer wechseln und denken, ja, geil, jetzt klappt's wieder ein, zwei Spiele. Aber der hat ja nie die Chance, gemeinsam mit dem Sportvorstand oder Sportdirektor oder sonst was, gemeinsam eine Mannschaft zu formen. Da macht der eine, oder der Sportmanager verpflichtet irgendwelche Leute und meint, boah, geil, ich hab die geilsten Transfers gemacht, spricht es aber halt null mit dem Trainer oder so ab, ob er die Spiele aber brauchen kann. Und das sind halt solche Sachen, wo ich halt denke, ähm, klar, dass es bei vielen Vereinen echt immer so Probleme gibt. Und das ist aber halt die große Stärke, wie gesagt, von Freiburg. Ja, es ist sogar so, die sprechen das ja nicht mal mit dem Christian Streich, also mit dem Trainer ab, sondern der Sportvorstand weiß sogar genau, was der Verein braucht. Also da funktioniert es sogar schon blind. Ah, der BMW ist ganz schön auffällig, kann das sein? Hm, wie meinst du mit auffällig mit Lex oder so? Nee, weil der übelst viele Umfälle baut. Achso, das war der LFN. Achso, der BMW meinst du jetzt? Ah, sorry, ich war bei Mercedes-AMG. Äh, ja, das ist ja auch letzter. Also, ich mein, ist halt ein M6, ne? Ist halt ein Scheißauto. Sorry an alle BMW-Fans, aber ist halt so. Hier in ACC, nicht nicht. Bye! Ja, natürlich, Niklas, alles gut. Ich will, es ist nur so meine bescheidene Meinung. Ich finde die Sprintrennen unnötig irgendwie. Ich finde, die haben keinen Mehrwert. Also, es ist okay, wenn man es jetzt ein, zwei, drei Mal in der Saison macht. So als Highlight. Aber ich finde die irgendwie, finde die unnötig. ACC, Dankeschön, ja. Da kommt der M4, geht die 3, da bin ich mal gespannt. Ich habe aber irgendwie, bin ich nicht so positiv auf den eingestellt. Ich bin da ein bisschen so, sagen wir mal, pessimistisch realistisch. Nennen wir es mal so. Ihr habt es Sinn ergibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wildes Toast. Ähm, ich finde es einfach halt irgendwie... Was, was bringt das unterhaltungstechnisch oder sonst? Also... Hey, sie mischt das, ja. Ja, ich fahre später nochmal. Aber wenn der das nochmal macht, flippisch aus. Was? Was macht er denn? Was? Was macht er denn? Ja, klar, Geld ist natürlich immer krass und wichtig und so weiter, aber... Ich sag mal, wenn Geld dahinter ist, sind die Ziele auch andere. Ganz einfach. Äh, ja, die 2022 Saison freue ich mich. Ich hoffe halt, dass diese... Dass dieses Reglement, diese Reglementänderung das bringt, was man sich erhofft. Ach so, okay. Ich hab's nicht gesehen, hab ganz im Chat geguckt, sorry. Danke euch für die ganzen Follows hier. Ich fühle euch echt willkommen. Moin, Sternsinger. Moin, moin. Bush, grüße dich. Yoda hat es nicht unangebracht, das Ding ist. Ähm... Es ist etwas, was er quasi selber erzählen muss. Ich kann nur sagen, mein letzter Stand ist, ihm geht's wieder besser, weil ihm ging's halt nicht gut. Und aktuell hat er wohl halt keine Zeit oder unglaublich viel um die Ohren. Aber, ja, ich muss auch nochmal nachfragen. Ich hab jetzt auch schon seit zwei oder drei Monaten nicht mehr mit ihm geschrieben. Und, äh, ja, ich glaub, wir alle hoffen, dass er bald wieder zurückkommt. Maxinator vielleicht. Es sind neue Strecken angekündigt auf jeden Fall. Ich hab erst letztens bei mir auf dem YouTube-Kanal, äh, ein Infovideo rausgehauen, weil ich durfte mit den Entwicklern, war ich in der PK dabei. Und, äh, da haben die viele Sachen angekündigt. Oder angeteast zum Teil auch nur. Rani, ne, 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 ne. In der Europa wollte ich das jetzt irgendwie gar nicht anstoßen, ehrlich gesagt. Weil das Team hat die sie zusammengestellt, der so ein bisschen der Schirmherr dann jetzt bei dem Rennen... Da hab ich noch im Discord? Wie bitte? Wir haben nur Discord verstanden. Ob man mich noch im Discord hört? Nee, du bist ja full-mute im Discord. Aber in den Streams hört man mich, oder was? Äh, wenn du hier im Teamspeak bist, ja. Ah, perfekt. Amerika ist auf jeden Fall, eine Strecke wird auf jeden Fall aus Amerika sein, Nils. Das hab ich in meinem Infovideo auch. Ich kann dir das ja mal raussuchen, da kannst du dir das ja bei Gelegenheit mal angucken. Ich hab's auch sehr kurz und knackig gehalten. Wie gesagt, das sind wirklich exklusive Infos direkt vom Entwickler. Äh, ja, ich such's grad mal schnell raus. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Fünf Minuten 35, das kann man sich gönnen. Busch, klick, klick mal auf den Link, dann weißt du, dass die noch gibt. Wir haben die 35, ah ja, stimmt, hast recht, geil. P-35, P-35. I see, I see, copy. Well done, good job. Keep pushing. It's so dangerous at this speed. My tires are gone, Mono. I'm a sitting duck. Ja, der Humor, der Humor geht einfach nicht verflogen bei uns. Das ist gut. So muss das. Fabian kann noch nichts dazu sagen. Die Multiplayer-Folgen, die Forza Multiplayer-Folgen jetzt bis vorhin haben auch ziemlich lange gebraucht. Aber ich konnte sie zum Glück ein bisschen früher hochladen. Das ist auch ein bisschen so mal so, mal so aktuell. Aber ich hoffe, ich schreibe die jetzt nächste Woche nochmal an, wenn sie sich nicht melden und dann sehen wir ja. Ich hoffe, ich schreibe die 24 Stunden nur auf Englisch oder Ray alles durchsagen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sorry, ich stehe ja auch im Schlauch. Ja, Bush, gegebenenfalls musst du die Glocke noch mal neu aktivieren. Oder aber, was auch manchmal ein bisschen komisch ist bei YouTube, es gibt ja einmal quasi man abonniert, dann gibt es die Glocke und dann gibt es bei der Glocke nochmal, glaube ich, drei Benachrichtigungsstufen. Und ich glaube, wenn du alles mitbekommen willst von einem Kanal, musst du wirklich die Höchste aktivieren. Dann kriegst du wirklich für alles eine Push-Up-Benachrichtigung. Das ist manchmal ein bisschen weird. Aber, warum ist die Eigenschaften am Start? Nee, aber er ist schlafen gegangen, weil er erst um fünf oder so halb fünf wieder muss. Unbedingt das Trails-Video. Ja, stimmt, ey, Leute. Guckt unbedingt das 100-zufolge-Trials. Der ist ein supergeiler... Ich sag's jetzt. Ganz ehrlich, ich hab Mushroom geschrieben, also Arnold, der das Video so gemacht hat. Und ich hab gesagt, du schreibst das doch in Titel. Und er so, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Und dann denkst du wieder, ja, typische badische Bescheidenheit, ne? So, nee, und zwar Varyon, also der Flo, der, ja, war da mit dabei. Voll geil. Also der Kurzgeschichten-Varyon. Kettmann, denk ich. Hab' wir schon mal gehört. Chargan, äh, in dreieinhalb Stunden oder so. Michael, ja, das ist bei uns leider immer so, ja? Oder was heißt leider, ist auch gut so. Wenn man fährt, ist man voll im Rennen. Dann geht's nur ums Rennen. Aber wenn man nicht fährt, dann ist man froh, wenn man einfach nicht über das Rennen reden muss. Michelin-Flash, ja, das hab ich vorher aber auch die ganze Zeit gemacht. Ja, anders kriegst du ja deinen Platz nicht. Du musst einfach die Photonen nach vorne einfach wegballern. Äh, wenn wir in Daytona kommen, wär schon ultrageil. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was in der, äh, in Amerika, in der SAO alles so für Strecken gefahren werden. Ehrlich gesagt. Jetzt, dass er sich jetzt gleich wegschießt, ey, ich seh's kommen. Mach mal, mach mal, mach mal. Ja, bleib links, 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 links vorbei und bleib auf der Bund. Ja, ja, genau das. Er hat ein bisschen gezögert. Ja, aber er hat Angst. Der Wendler hat Angst. Der Wendler hat Hügel, ist Angst, eigentlich hätte er da locker zuziehen können. Sehr gut. Ja, aber so kannst du echt immer vorbeigehen. Einfach in den Rand bleiben und dann direkt hinten raus stehren. Links und dann in den Rand. Hab ich auch die ganze Zeit gemacht. Funktioniert wunderbar. Ich hab' nur versucht, mit meinen Lichtspielen zu verwirren. Ja, ist egal, wie es alles ist. So ein Vogel. So ein Vogel. Ja, auf 24 hätte ich auch mal Bock, ehrlich gesagt. Was, der regt sich wirklich schlecht auf. Null. Soll er sich aufregen? So langsamer. Sicher eine DT, warum? Ist das hier der Zierfock? War einmal, ich glaube, das heißt er mir nur. Ist das der Zierfock? Ich fähre den nur am Geraden. Ah, okay. Stimmt, du musst dich ja konzentrieren. Perfekt. Weil ich nur zuguck. Wenn ich fahr, dann gibt's Ego. Exakt, weil so ein Stream zu entertainen, das ist ganz schön anstrengend. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, es ist hier auch vorher. Ist das der Zierfock? Ja, hat er, hat er, hat er, hat er, hat er jetzt so gemacht? How can you do this? I, I can't believe it. Ja, das ist so gemacht. Weiß ich nicht, wer ist das? Mit der hat er sich mal gerade überholt haben? Ja, kennen? Muss man den kennen? Ja. Okay, ich kenne ihn nicht. Jedenfalls verwirrst du ihn sehr mit deinem blinkenden Regenlicht. Regenlicht. Nee, sie hat auch heute angefangen, auf dem Berg zu quasseln und sie hat da erst weggedreht. Deswegen halte ich davon, nichts auf dem Berg zu labern. Selber zu reden ist das eine, aber Input wahrzunehmen ist das andere. Alles klar, arrowteam.vn? Das stimmt, ja. Bitte vom Chat, bitte das weg und nicht ausmachen. Bitte? Was soll es eigentlich ausmachen? Ja, weil das ist übelst nervt. Achso, ja, Moment. Soll ich das jetzt machen, oder? Ich sage jetzt nichts. Ich sage jetzt nichts. Hier kommt die Mutterrautung, rein nach hin. Aber Platz 36 bleibt eigentlich auch ganz gut dran, ne? Der vier Sekunden Abstand ist jetzt schon eine Weile da. So ist es nicht. Ne, wie? Ja, ich denke mal, dass wir Boxenstopp reinigen, doch Platz 35. So ist es der Twitch-Streamer, wo du mal gemeint hast, dass du ihn immer so ausrastet oder was? Genau. Ah, okay, ja, dann wird es auf jeden Fall ausgerastet sein. Haha, sehr gut, gefällt mir. Einfach jetzt ja von Twitch-Highlights drin. Ihr müsstet einfach mal bei ihm im Piku-Hype da lassen, Chat. Also neun Runden habe ich jetzt, ne? Platz vor uns ist genau ne halbe Runde vor uns, selbe Runde. Okay. Copy. Okay. 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 Toreak, danke dir. Das ging gerade ein bisschen unter. Dankeschön für die 7,77 Euro. Passend zur Startnummer. Danke für die Kostenübernahme. Wer ist der P36? Kann ich scrollen? Wieso kann ich nicht scrollen? Verfickte Scheiße. Danke für all deine Unterhaltung hier und auf YouTube. Danke dir. Dave wollte mal Pause machen. Ich weiß es nicht. Der ist... Kommt bestimmt später wieder. Ich meine, er hat ja aktuell nichts zu tun, weil aktuell ist die Devise voll ballern. Aber das Ei-Platz ist hinter mir. Ach so. Das war gerade laut. Ah ja. Daher Gang. Ein Wille Simon. Lohnt es sich ACC zu kaufen? Ja. Stimmt. Wenn ja, kann man das auch. Mich, wenn du nicht mit mir sprechen willst, dann bitte muten. Ah, okay. Entschuldigung. Bush, nee, wir hatten Disconnect. Wir waren... Keine Ahnung, 12, 14 Minuten nicht auf dem Server. Das hat uns halt 7 Runden nach hinten geworfen. Und die fährst du halt nicht so einfach mal wieder rein. So, jetzt Timo. Ja, du kannst es mit Controller spielen. Ist allerdings nicht so zu empfehlen. Mehr als wenn du richtig gute Settings findest und selber auch richtig gut mit Controller unterwegs bist. Dann kann man da schon schnell und gut sein. Aber... Was macht bitte der BW? Guru, Test zurück. Hinten hat einen abgelegt. Ja, gut, wenn es am Montag wieder da ist, dann... Dieser kriegt noch bestimmt Ärger von der Rennleitung, wenn er mir das Licht ausmacht. Wie wirst du dich eigentlich wach halten? Keine Ahnung, muss ich doch gar nicht, oder? Ja, Kose war ich schon sau ein bisschen... ein bisschen Spielkind mäßig. Ich hoffe, jetzt... Mein Poseva, ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich wirklich komplett aus an alles mögliche gemacht habe, weil ich allein bei dem Vordermann mal wirklich mal sagen wollte, hey hallo, so nicht. Weil es gibt schon manchmal Leute, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die immer so bewegt, halt so komplett heftig, gefährlich, halt immer zuziehen, einen immer blockieren und so weiter. Alles hier schon erlebt und da gehe ich dann manchmal auch sehr hart mit der Lichttaste um. Ja Jensel, das ist bei mir aber auch so. Ich werde jetzt auch nachher bestimmt übelst in ein Loch sacken und sobald ich wieder fahren muss, bin ich wieder voll dabei. Ja Schnee, das ist doch stark. Bombe. Ja, wie gesagt, wenn du Controller wirklich gut beherrschst, dann kannst du auch richtig schnell sein. Kann auch ohne Licht überholen, ja? Kann man. Ich sag ja auch. Also ich habe jetzt noch sechs Runden, Ray. Ja, du wirst ja doppelt sind. Ich dachte, Dave fährt jetzt. Ja, copy. Ja, wie gesagt, flashen kannst du halt machen, wenn du halt wirklich so das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt halt aufmerksam auf mich machen. Oder ich möchte den Vordermann vielleicht ein bisschen ablenken, in einen Fehler treiben oder so. Alles legitime Mittel. Weil in ACC finde ich das Flashlight eh nicht so nervig irgendwie, keine Ahnung. Wenn hinter mir einer Flash stehe, sehe ich das eigentlich gar nicht. Also entweder kann ich es echt gut ignorieren oder ich finde in ACC ist es einfach gar nicht so wirksam, keine Ahnung. Zwei vor ihm kämpfen um Position, aber das sieht er selber, das muss ich ihm nicht sagen. Toreak, ja, ja, ich will gleich noch was essen gehen, weil ich habe ziemlich Hunger, aber ich will jetzt mich auch nicht alleine lassen. Ich warte jetzt, bis Dizzy wiederkommt, der müsste ja jetzt auch dann bald kommen. Dann gehe ich mich mal kurz frisch machen und was essen und so. Bin mit Dizzy pennen gegangen. Oh, war's schön, Connors. Ja, alles gut. Nö, hast du eigentlich nichts verpasst. Michel und ich haben eigentlich ganz gut aufgeholt. Ja, und die Reise nach vorne geht halt weiter jetzt. Leihai, grüß dich. Ja, könnte besser, aber in gegebenen Umständen, glaube ich, machen wir einen ganz ordentlichen Schock. Nexus, grüß dich. Und Wildest Toast, danke dir. Okay. 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 david grüß dich nexus ja das ist ein trikot ja also man muss das schon korrekt bleiben keine ahnung was ich mir machen muss ich mal gucken vielen vielen dank an die ganzen leute die heute rein gefollet haben und natürlich auch alle die schon schon längst follower sind willkommen wie entsteht das geräusch beim bremsen naja metall war sie ja so durch die bremsbank zusammengepresst wird dann quietscht halt ein bisschen noch mal psi höher bitte ja im discord hat sie aber geschrieben okay Andere Cam? Ungern, weil ich halt spotte gerade auch indirekt. Deswegen, wenn diese hier oder so da ist, kann ich gerne nochmal eine andere Cam später machen. Ne, drei, aber das ist normal. Die werden immer quietschen. Ich höre das schon gar nicht mehr. Ich höre da voll drüber hinweg. Ich finde, das ist einfach normal, dass ein Rennwagen ein bisschen reachet und macht. Soll ich dir die 0,1 schon drauf rechnen? Das hast du, hast Ava schon gemacht. Aber rechnen mal 0,1 drauf, bitte, ja. Achso, die die Ava hat, willst du haben? Die die Ava plus 0,1. Die die Ava plus 0,1, okay. Tu mal schon den Taschenrechner. Alter, fick dich, Junge. Äh, 27, 2. Ja. 26, 4. Moment. Ja. 26, 9, ja. Und 6, 6, 23. Ja. Vergiss auch nicht, ich bin noch rein zu. So, ja. Kann es aber drauf bleiben, einfach das hat, da geht es immer ganz schnell. Hinten, grüße ich, ja, um uns geht es gut, denke ich, hoffe ich. Also mir geht es immer gut. Die sind wirklich aufgepasst, ne? Ja, die sind ja dann kein Rennen-Setup vorbereitet. Also ich verwende jetzt Reifensatz 21, ja? Wenn du 20 hast, ja, dann machst du 21. Ja, genau. Sollst du mal ein bisschen Attacke hier auf den Bentley machen? Äh, Kevin, ne, hab ich selber gekauft. Und ja, ich habe das DD2, oder die DD2. Ja, Timo, da viel Spaß hier dabei. Ne, es sind wieder 40 Autos. Also wir in Schatten 2,85, da sind wir richtig gut schnell. Es geht erst wieder los. Da bremst du dich einfach innen rein. Okay, er lässt dich vorbei. Sehr gut. David, keine Ahnung. Aus dem Kopf weiß ich es nicht, aber das kannst du hier jetzt zusammenrechnen. Keine Ahnung bei Dave. Ich glaube, aber der hat es sich auch gekauft. Ich glaube nicht, dass er was gestellt bekommen hat. Aber wissen tue ich es nicht. Ne, der Honda fährt, glaube ich, 92 ist Top Speed, aber dann müsste er auch echt ganz wenig Flügel fahren. Das macht er dann auch nicht. Kevin, ne, also ist nicht geplant. Damals war das halt noch so, dass der Marketingkontakt von Fanatec ein anderer war. Und da hat man das halt so was als machen können. Aber ich werde mir jetzt keine CSL DD kaufen, nur einen Test machen zu können. Wenn sie mir das stellen, dann mache ich gerne einen Test dazu. Aber ja, sonst gibt es für mich da keinen Grund, irgendwie Hardware zu testen. Alles klar, ist da gelegt. Was, hat er jetzt gemeckert oder was nochmal so fokt oder was ist los? Ah ne, dagegen hätte ich nichts, aber die Zeit lässt gerade nicht zu. Jensel, korrekt, ja. Ach, Yoshi, ja, ja, mache ich. Ist geplant, ich nehme aber auch das Handy mit. Ich lasse es jetzt nicht mehr weg. Ja, wie ich gesagt habe, es war langsam gesetzt, die Müdigkeit ein, das war klar. Jetzt, wo die Anspannung weg ist. Ich bin in der Informatik tätig und Bereich Algorithmen. Ich habe aktuell kein eigenes Forschungsgebiet oder kein eigenes Forschungsprojekt. Ich bin aktuell Mädchen für alles. Also ich helfe den anderen aus, wenn die mal was brauchen oder so. Aber aufs neue Silvester vielleicht kriege ich dann mein eigenes oder darf ich Teil eines festen Forschungsprojektes sein. Aber muss man mal noch gucken. Eine Frage wollte ich dir schon immer mal stellen, Ray. Wie kannst du spüren, wie viel Kripp du auf der Strecke hast? Spürst du das über das Lenkrad oder die Pedale? Über die Pedale spüre ich gar nichts. Oh Gott, viel zu schnell. RIP einfach mal zu schnell in die Box. RIP einfach mal zu schnell in die Box. Ich bin genau auf der Linie bei 50 gewesen. Breakfast mal gucken. Vielleicht nächste Woche oder so. Also gucken wir mal. Gurke. Wir hatten, glaube ich, nach knapp zweieinhalb Stunden ein Disconnect. Wieso ist die TC im Pit Limiter ausgeschalten? Macht mir Angst. Was ist die TC? Ist die Pit Limiter ausgeschalten? What the fuck? Stimmt doch gar nicht. Ist die doch gar nicht. Nee doch, gerade war es ausgeschalten. Okay, bei mir nicht. Aber gut. Also im Display oben, meine ich. Also im Display vom Ferrari. War ein rotes Ausruf. Ja, das ist das Ferrari-Display buggy. Weil wir müssen ja erst Reifenbaum fahren. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Äh, so jetzt. Äh, so jetzt. Äh, so jetzt. Äh, ja, Rackfest müssen wir mal gucken. Wie gesagt. Kann ich noch nicht sagen. Ja, in der Box ist Licht immer an. Äh. Äh, Grey. Kannst du auch spüren, aber halt nicht so im Detail wahrscheinlich. Glaube nicht, dass wir mit dem Honda mithalten können. Ne. Würde mich sehr wundern. Die V3-Motor, äh, äh, Pedale haben Motoren, ja. Die haben Vibrationsdinge, aber die spürst du nicht. Das ist voll für den Arsch. Das ist einfach nur ein reiner Running Gag. Ich habe die noch nie gespürt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es, glaube ich, sogar aktiviert. Oh, Mabix hat den ganz schlechten Boxen stoppt. Und die haben Bremsen gewechselt. Ne, so früh doch nicht. So früh wechseln die Bremsen nicht. Von der Kapelle können wir gerne später mal noch machen. Aber, ähm, ja. Jetzt warten wir erst mal. Ich hoffe, dass halt Diziball kommt. Knock, knock. Wach werden für Enmaga. Wer kennt denn nicht den guten Mabix? Ja, das ist der Bruder von Asterix. Ähm. Ja. Oh, jetzt eine Runde Lotschleife. Äh, Timo sage ich nicht. Nähe von Freiburg. Genauer werde ich nicht. Nicht in Freiburg, aber, ja. Phanguyen, sehr gut, ja. Den kennen wir doch auch. Ja, Timo, sehr gut. Wenn ich essen gehe, ja, nee, ist, glaube ich, zu lang. Von der Kapelle sollte man jetzt nicht mehr als drei, vier Runden machen. Äh, war der gerade nicht schon in der Box? Näh, egal. Hab keine Ahnung. Wahrscheinlich die DE-Mütung sicher sparen wollen, die bei der Box ist gemütlich. Inten, ich hab's nicht gesehen, also ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, also. 19 Sekunden Schaden, okay. Das spürt man dann schon. Also ich hab die knapp neun Sekunden heute Mittag schon ganz gut gespürt. Aber gut, da waren die Verhältnisse halt auch sehr giftig. Mit über 30 Grad. Nee, keine Sorge, Leute. Ich hab's handy dabei. Moin. Da fährt er einfach mal über den Körper. Ich glaub, auf Platz 34 sind wir keine Runde zurück, aber ich check's nochmal kurz ab für euch. Die sind jetzt über Ziel, das passt aber. Start Nummer 35. Gucken wir mal, ob wir die auf der Map... Ja, die fahren jetzt grad den Berg hoch. Kurve 4 durch, fahren jetzt in Kurve 5, 6. Also so eine gute halbe Runde, sag ich jetzt mal. Also Platz vor uns, jetzt gerade auf dem Berg. Also eine gute halbe Runde. Timo, ich hab nie in meinem Geburtsort gelebt. Oh, die Diskussion um die beste Simulation lassen wir einfach, Leute. Da hab ich gerade echt keinen Nerv zu. Zumal jeder sagt so, ein anderer sagt so. Lassen wir das. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Hin zu Formel 1. Ich hab schon mal von diesem Formel 1 gehört, ja. Grani, das ist eine sowas von Falschaussage. Also das stimmt gar nicht. Ich hab einen französischen Namen, ja. Aber mit Frankreich hab ich, bis auf, dass es unser Nachbarland ist, 0,0 gar nichts zu tun. Weder hab ich da Verwandtschaft, noch bin ich da geboren. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich in einem Dörfchen aufgewachsen bin und nicht direkt in der Stadt. Und man kann sich denken, dass in einem Dörfchen wohl kein Krankenhaus steht, wo man geboren wird. Daher ist mein Geburtsort, beziehungsweise meine Geburtsstadt, definitiv nicht mein Wohnort gewesen. Und ist es auch jetzt nicht. Nee, ich heiße nicht Rainer Held. Das ist genauso ein Pseudonym wie Ray mein Pseudonym ist. Rainer Held ist quasi die normalere Version von Ray. Und Held kommt ja von Pixelhelden. Also von Held halt, ne. Hi, Flosse, grüße dich. Ja, ich heiße nicht. Wie soll ich hier rennen? Echtnamenpflicht. Also wenn hier Echtnamenpflicht wäre, dann ganz ehrlich, warum? Also ich fahre manche Events mit meinem echten Namen. In iRacing geht es ja groß gar nicht anders. Ohlala. Leck. Aber in iRacing bin ich auch schon öfters mit meinem echten Namen gefahren. Aber finde ich doch unnötig. Ist doch gerade egal, ob ich jetzt Rainer Held heiße oder so, wie ich richtig heiße. Was ist daran jetzt besser oder schlechter? Ben, Gigi, guten Morgen, ne. Moinsen, Schatzi. Gut geschlafen, ne. Wunderbar. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Moin. Moinsen. Moin. Gut geschlafen? Jo. Je alt ich bin, genau Neo. Neo weiß es. Exactly. 45 gute Jahre habe ich schon hinter mir. Ja. Mein echter Name, wollt ihr wissen. Tja. Wer sucht, der findet. Ne, Grani, das ist auch falsch. Grani, heute hauswärts die falschen Infos, aber raus, du. Ist genau umgekehrt. Also fast 13 und Tindis schon 12. Die ist aber kaum älter als 40 aus. Danke. Als ob ich 40 bin, ey. Leute. Beruhigt euch. Oh Gott. Entschuldigung. Kein Problem. Ich sage nur so viel, die 90 in meinem Namen auf Twitch könnte eventuell auf das Geburtsjahr schließen. Aber halte ich für ein Gerücht. Äh, Ray fährst du nach Michel nochmal oder bin ich direkt dran? Ne, eigentlich bist du dran. Aber wir können auch tauschen, wenn du gucken willst. Aber ich wollte eigentlich jetzt mal noch was essen gehen, weil, ja. Wie lange ist Michel noch draußen? Das ist dein letzter Sint jetzt. Ja, wie lange ist das noch? Keine Ahnung, 50 Minuten, ne weniger, 45 Minuten vielleicht. Gut, dann gib mir mal bitte noch 10 Minuten, dann fahr ich mich schnell warm. Und dann, äh, kannst du dir essen machen, okay. Machen wir so. Man sagt, die Temperatur ist 16, 16. Oh, Halla, die Waldfee. Richtig aufgestanden. Hast du ein Erbsnützchen? Oh. Ja, Thomas. Chat, danke für die ganzen Subs, währenddessen ich geschlafen habe. Ich hab tatsächlich gar keine Kreditkarte. Daher kann ich dir die Nummer nicht geben. Ist noch groß was passiert, Ray? Ja, war wild halt auf der Strecke, aber jetzt nichts, ähm, was uns jetzt irgendwie getroffen hätte. Okay. Also waren ein paar spektakuläre Sachen dabei, aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen und ganz gut nach vorne gekommen, halt so relativ, wie wir halt nach vorne kommen können in der Zeit. Ja, der Pixel-Hellen-Kanal gehört unter anderem mir, aber der gehört jedem von uns zu gleichen Teilen. Aktuell. Ich kaufe ihn jetzt auf. Vorsicht, langsam das Fahrzeug. Ah, krass schon. Oh Gott. Was ist denn das denn? Oh Mann, ey. Also das war jetzt vom Essen richtig unklug gelöst, nennen wir es mal so. Aber ging ja alles gut. Hi Flosse, freut mich zu hören. Ich freu mich, dass es dich informiert. Wie viele Teams sind nicht mehr dabei? Ich weiß es gar nicht, ich glaub 44 waren am Start, oder? Ja. Weißt du das gerade? Ja. Also fünf Teams quasi sind aktuell raus. Ich hab so eine Knoblauchfahne im Mund vom Essen vorhin. Was ist denn das? Ich hab so einen Zahn. Habt ihr mitbekommen, dass Kita und Co. disqualifiziert werden? Wer ist Kita und Co.? Der Honda. Der Schnelle. Die werden qualifiziert. Warum? Zu viel Strafpunkte. Wäre krass. Freiburg-Fan. Ja, mein Unkel, dass das so ist. Bei Kita ist der schnellste Honda. Mit den gelben Felgen. Ja, der Spiegel können wir eigentlich machen. Stimmt, wo ist eigentlich der Spiegel an? Highflows habe ich vorher. Opa. Eine Wheelbase ist ausgefallen und wir haben jetzt mit Entry-List Probleme. Aber dann werden sie doch nicht disqualifiziert, sondern dann haben sie Probleme. Also ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob man DSQ wird oder DSQ dann halt ist. oder beziehungsweise DNF in dem Fall dann eigentlich. Tim bleibt, ähm, keine Ahnung. Tim bleibt, ähm, keine Ahnung. Ich sag einfach mal so, rechne eher mal nicht so mit den neuesten Fahrzeugen. Eicher-Fan? Eicher-Fan. Gute Nacht hier. Eicher-Fan. 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 einen Streamer deiner Wahl für 3,19 Euro zu unterstützen, indem du einen Sub versenkst. Ah, okay. Klingt nach einer coolen Sache. Fast so cool wie Twitch Prime, oder? Das ist fast so cool wie Twitch Prime, ja. Okay. Ich danke dir für deine Erklärung. Na klar, ist gar kein Problem. Habe ich nicht gewusst. Dann. Je mehr Subs man übrigens verschenkt, desto mehr bekommt man da natürlich auch raus. An Prozente. Also es lohnt sich schon, auch mal so einen Fünfer oder Zehner zu verschenken. Sehr gut, okay. Wie man einem leichten Lächeln von Michel hört, dass er genau weiß, was es ist und nur darauf jetzt aufmerksam machen wollte, dass die Leute es hören. Guter Schachzug, Michel. Ist ja richtiger Profi. Mal dieses Prime ausprobieren, K.E.K.W. Ey, Nachtmauer, danke schön. Ohne. Aber bei mir ist es relativ ähnlich tatsächlich. Bin auch gespannt, aber beim Einweißen halt noch gar nichts. Oder halt kaum was. Das einfacher als 10 Stunden unter der Hände ist. Das ist aber tatsächlich beim 24-Gern immer so. Danke an euch alle. Du ehrst Support und eure Hörstürzungen. Ich finde, bis man zur Halbzeit kommt, dauert es gefunden in halbe Ewigkeit. Dizimo, Dizima, Diziei, Ava. Aber dann, die letzte, die andere Hälfte geht dann so schnell vorbei. Ruckzuck sind es so die letzten noch die letzten zwei Stunden. Hey, Riffraff, Dankeschön für so einen Habs-Manger. Wie gefällt ihr denn? Wie gefällt ihr denn? Wie gefällt ihr denn, der September? Von Face und Dankeschön für 23. Ähm, hier noch Ich trafe dann Diziei-Zweiß-Tins und dann bin ich wieder dran. Also, wenn ein bisschen später. Ne, Nils, das ist komplett egal. Also, ich habe ja auch schon 24 gehabt, wo ich quasi erst zur zweiten Hälfte meine ganzen Stins und so hatte. Das ist einfach das Phänomen so. Aber ja, klar, weil wenn du Zuschauer bist und dann schläfst, dann ist klar, dass die zweite Hälfte für dich fitter ist. Jolo, der ist ziemlich weit vorne weg. Zwei, 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 Zwei. Zwei, Zwe obsessed. Ich hab mir einen schönen Truck-Avlog noch reingezogen zum Schlafen. Ja, die ist jetzt gerade über Start zielen. Eine halbe Sekunde voraus. Ja, ich beantworte das einfach mit dem Ja. Oh Mann. Rani, ja, macht es. Da sind liebe Grüße von uns da. Wann kommt denn das IT-Rennen? Ah, Moment. Wann am Ende, das ist mir hier bloß alles. Schaust du hier? Ja, ja, ich weiß schon. Buchse Link ist der schlauer. Oh, müsste ich gucken, Cap'n GT, der heißt Rusty. Das ist eine Ukraine, der in Amerika lebt. In Amerika aufgewachsen ist. Ja, das kann sein, Cray, ja. Ja, nun muss ich nochmal durchgehen. Danke für den Hinweis. Ach so, ja, okay. Ah, komm, dann mach ich das gerade noch schnell rein, bevor ich es wieder vergesse. Das sind eh viel zu viele Videos. Okay, jetzt sind wir aufgewachsen. Oh, nein, ich weiß. So, nein, ich weiß. Oh Mann, ich weiß. Okay. Also, ich weiß nicht, wie ich es wieder vergesse. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich es wieder vergesse. Ja, nexus ist korrekt. Ja, vorne links könnten wir noch ein bisschen Druck rausnehmen, denke ich. Paunischer. Sag das immer selber. Aber die Zeiten sehen eigentlich ganz gut aus und so. Das sieht halt bei Wichy immer wild aus, irgendwie. Äh, Icy, grüß ich. Ja, eingestellt habe ich ingame und hier 1080 Lenkwinkel. Aber der passt es ja dann automatisch an auf das, was das Auto in Wirklichkeit hat. Also ich denke mal, der Ferrari hat ja irgendwas um die, keine Ahnung, 500, 480. Der müsste mit den wenigsten haben. Aber die GT3s haben ja alle so um 500. Kein Problem, sehr gerne. Ray, kein Thema. Freut mich, dass es dir dann vielleicht gefällt. Wobei, ich will nicht spoilern, aber es wird, äh, ja, es wird wild, nennen wir es mal so. Dave Gaming war ursprünglich geplant mitzufahren, aber er hat selber gemerkt, dass er sich nicht so wohl fühlt. Und hat dann selber die Entscheidung getroffen zu sagen, ne, er lässt sein als Fahrer. Er wollte uns oder hat uns als, äh, Renningenieur ausgeholfen oder tut er vielleicht auch weiterhin noch. Wobei er aktuell nichts zu tun hat, weil er aktuell ist einfach flat out. Da gibt es groß nix mit Taktik. Und, äh, ja. Dizzy hat es auch schon gesagt, wir werden garantiert es nochmal neu angehen und es wird garantiert noch ein Rennen mit Dave dann geben. Ich finde, das ist eine sehr sportliche und auch mutige Entscheidung von ihm zu sagen und auf sich selber zu hören und sagen, ne, ich fühle mich nicht ready. Weil meistens ist es halt so, dann will man es halt doch und, ja, hört dann doch gar nicht so auf sich selbst und das bringt ja dann auch nix. Gibt es eigentlich Preisgeld? Die Frage gebe ich doch direkt an Dizzy weiter. Ne, aber es gibt Goodiebacks für Team 1 bis 3, für jeden Fahrer. Rall gefüllte Goodiebacks. Ja, geil, da können wir uns ja als Team auch drauf freuen. Weil Platz 3 ist ja noch drin. Ich bin so scared. Oh! Nicht nur für 3, sondern auch für 1. Ja, stimmt, okay. Dann machen wir halt für 1. Wir sind auf Position 8 gestartet. Also wie du siehst, haben wir die Zahl um ein Vielfaches erhöht. Wir können da stolz davon sein. Am Ende Top 25, ja, das ist ein Tipp auf jeden Fall. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber Top 25 wäre schon, würde ich sagen. Stand jetzt würde ich sagen, würde ich nehmen. So, Ray, du kannst meinetwegen, wenn du willst, dir was zu essen machen. Alles klar. Aber nimm bitte dein Handy mit. Ne, ich mach's, ich werf's in den Mülleimer. Nein, ich geh aber so oder so jetzt sowieso aufs Back-Ding rüber, zusätzlich noch. Ja, aber trotzdem, falls irgendwas ist. Ja, 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 ich hab's zumal. Nimm das, äh, ich hab's schon gesagt. Im Laufe dieses 24ers wird das mein ständiger Begleiter sein. Wird eigentlich immer. Nee. Also, für jedes Rennen meine ich. Ja, 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 ja. Alles gut. Beleid, go, go, go. Schön hier auf eins. Schön. Wo sind wir denn? Hier. Dunkel. So gut, dass, wenn man erstmal auf den Server kommt, dass keiner Licht hat. Beim nächsten Sektor haben wir Licht, Leute. Oder wenn Michel wieder seine Flash-Attack macht. Dann kann ich hier auch mal auf die andere Sicht gehen. Ich glaube, das ist interessanter. Okay, liebe Leute. Ich, ähm, geh mal was essen und mich auch wieder bisschen frisch machen. Schönen guten Tag, Jero Mann. Sie fliegen jetzt mit Desi Airlines. Ich bin ihr Flugbereiter für den, äh, Rest ihres Fluges. Und, äh, möchte Sie begrüßen. Haben Sie eine Einnehmerreise? Ja, sag jetzt deine Luftfrücke, Junge. Wow, was ist denn da los? Hat man da eine Schnauze? Du Hohnen! Oh, Hedger! Geiler Typ! Ah, da kicken die 30% rein. Wow, wow, wow. Vielen, vielen Dank, Hedger Mann. Ich muss da erstmal nachzählen. Also jeden, den ich jetzt vergessen habe, entschuldigt bitte. Wir machen das gleich nach dem Stint. Wir holen das nach. Macht er sowieso nicht, also haut einfach noch mehr rein. Ah, ja. 26,2. Ja. 26,5. Ja. 26,8. Moment. 26,8, ja. 26,3. 26,3. Ich wiederhole, 27,2, 26,5, 26,8, 26,3. Und 0 Liter Kraftstoff. Richtig. Okay. So. Nulli der Kraftstoff. Oh, Diri! Junge! Ich weiß es nicht, Zimbowski, wo die, wie die Werbung da von, ähm, von YouTube gemacht wird. I don't know. Kann ich dir nicht sagen. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Jetzt hast du keine Werbung mehr. Tschüss. Aus. Peace. Sock 3 giftet A tier 1 sub to Zimbowski. They have given 629 gift Subs in the channel. Jetzt hast du keine Werbung mehr, Zimbowski. Ich hab's kriegen keine Werbung bei mir. Oh, wie sieht's denn aus? Wollen wir noch einen Raffel machen, Chad? Wollen wir noch einen Raffel machen, Chad? Oder wie sieht's aus? Wollen wir noch so'n, äh, schönes, äh, so'n Geraffe in der Jungle machen für... Was haltet ihr denn von einem, äh, äh, was haltet ihr denn von einem Codeski für, äh, äh? Oh, geil. Oh, geil. Hoisappi hat mir um 20 Uhr geschrieben. Ha! Ich war schlafen. Hau raus. Hau raus. Hau raus. Hau raus. Okay, Chad, dann machen wir für, für die guten, ähm, für die Speedy Rugs machen wir, äh, einfach eins. Das ist, äh, auch ein Gutscheincode für ne Madde. Nicht komplett. Muss ich gleich dazu sagen. Nicht komplett. Also, ein bisschen was muss man auch noch beisteuern, aber falls ihr so ne schöne Watter haben wollt, wie ich die habe, die ich leider nicht unter meinen Rig kriege, weil meine Rig so schwer ist, aber ich sie, äh, ausgiebig getestet hab mit meinen Futen, äh, und die wirklich sehr, sehr lecker schmecker ist, könnt ihr ausrufezeichen Dildo in den Chat reinbraten. Und dann könnt ihr euch bei ausrufezeichen, äh, Speedy auch einmal, äh, umsehen, wenn ihr das möchtet. Äh, nach so ner Mathe. Die kann man sich auch, ehrlich gesagt, unter nen Stuhl legen, oder vielleicht auch unter den, äh, 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 so als Fußablage, nicht als Fußablage, aber ja, so als Fuß, äh, für nen Schreibtisch. Also, die ist schon ein bisschen universell, man muss nicht nur seinen Rig aufstellen, ich war schon barfuß drauf und das schmeichelt schon sehr meinen alten, äh, Elefanten-Stammfaden. Also, von daher ausrufezeichen Dildo-Chatsky, könnt ihr reingehen, äh, verraffeln wir, einen Gutschein-Code für euren Support und eure Unterstützung für SpeedyRux. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Und an der Stelle muss ich ja auch mal gleich dazu sagen, schmeißen wir doch mal ne kleine Werbung ein, nicht? Weil, warum denn auch nicht? Da könnt ihr euch das nämlich gleich auch nochmal mit ansehen. Also, das ist der eigentliche Verwendungszweck, kann man aber auch anders nutzen. Wenn man das möchte. So hab ich's auch nicht, weil mein Rig zu schwer. Irgendwann werde ich die bestimmt da drunter stellen. Aber, es geht doch anders. Es geht doch anders. Ist aber schön. Kann man anbieten. Würde ich sagen. Also, um so ein Ding geht's jetzt. Ein Gutschein-Code dafür. Da sind 10 Oronskis. Also, spar dir ein bisschen was beim, äh, Einkauf. Ist aber auch so, dass wir, äh, die auch noch versteckt haben in Goodie-Bags. Nur mal so als kleinen Hint. Wir haben ja noch zwei, äh, Goodie-Bags. Ein großes und ein etwas kleineres. Ich weiß nicht, die noch drüber. Wir haben auch so noch ne ganze Menge, was alles noch rauskommt. Äh, äh, also wir knattern schon noch ein bisschen was, äh, was raus. Keine Sorge. Kann man da drauf auch Pornos drehen? Ich frage für einen Freund. Also, ich sag's so, wie es ist. Ich glaube, ähm, ich glaube, das schubbert ganz schön an der Arschbacke, wenn du seitlich liegst. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich bin, äh, was Sexualkunde angeht, nicht so, äh, bewandert wie diese Stellung, äh, heißt. Aber ich glaube, das könnte scheuern. Das könnte ein bisschen scheuern. Also, ich sag mal so, als Bettvorleger geht das auch. Ich mein, man muss ja immer, äh, man muss ja auch immer, äh, gucken, wo man hin, äh, geht mit den Sachen. Also, ich find das schon, äh, ziemlich gut. Na gut. Ich warte das hier mal noch schnell ab. Bis das ein bisschen ruhiger wird. Oh. Okay. Von wem kommt denn dieses Emote eigentlich? Ich will auch so ein Emote. Oh, ich muss ja echt mal meine ganzen Emote überarbeiten lassen, Chen. Ich muss mal meine Emote überarbeiten lassen. Okay, Freunde der Sonne, wenn ihr euch jetzt noch mal eintragen wollt, ich ziehe jetzt gleich. Ich mach gleich eine Ziehung. Äh, okay, ich krieg's dir übrigens. Moinsen. Weiterstecker. Ey, Rolle. Just Kenny 8, Junge. Alter, Just Kenny, einfach mal 2014 reingefolgt. Im Dezember. Am 2.12.2014, Kenny. Bist du da, Maga? Danke an euch alle. Sehr hoch. Und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Aus. Peace. Schubi. Error 404. Team Note found. Gifted A tier 1. Subtodinchen 175. They have given 44 Giftsubs in the channel. Hab ich ihn nicht gesehen? Kenny. Schuss, Kenny. Kenny. Hallo. Yeah. Okay. Geil. Ey, Kenny, Glückwunsch, Bagger. Ich hoffe wirklich sehr. Äh, warte. Äh, Moinsen. Ich hoffe wirklich sehr, dass alles glatt geht. Also wir hatten heute nämlich schon mal mit ein so einem Gutschein Probleme. Was ich nachher später rausstellte, dass Dickster wohl ein bisschen durcheinander war. Kenny, ich hab dir jetzt mal ganz kurz ein, äh, ne PM geschrieben bei Twitch. Also ich bin mal in deine DMs reingesleudert, ne? Kannst du mir bitte einmal kurz darauf antworten? Dann geb ich dir mal so ein Codeski. Ja, Moin. Okay. Viel Spaß damit. Viel Spaß, Kenny. Lass mich wissen, äh, was du dir geholt hast, Kenny. Oh, was ich dazu sagen wollte, Chat, äh, falls ihr Kinder haben. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Falls ihr Kinder haben solltet, die haben auch ein, äh, und, das mein' ich wirklich ernst, die haben auch einen coolen, äh, Spiele-Teppich für Kids. Also falls ihr irgendwie auch Kinder in der Familie habt und ihr race vielleicht nicht, da gibt es einen schönen, äh, so einen Spiele-Teppich, ähm, vom Hockenheim. Also eventuell, just say, ist auch eine Möglichkeit, ne? Also... Da ist alles dabei. Oh boy. So. Jetzt muss ich wieder meine Maus suchen. Ich muss meine Maus richtig groß machen und rot. Ne, Mietzi, jetzt nicht, du. Okay. Ne, Mietzi, jetzt nicht, bitte. Gehen wir zurück ins Bett hin. Spiele Teppich war früher mega geil. Ne, Mietzi, du kommst nicht auf meinen Schoß. Seitdem du mein Bein heute komplett zerstört hast, ist einfach mal heute das Privilegien verloren. Oh. Ob der Benle schon festgestellt hat, dass er der Langsamere ist und Michel blockiert? Oh, nein. Manchmal ist mir das ja entgangen. Oh, das war knapp an der Wand. Damals sind wir bei 1.48? Aber ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Äh, alter Mann Racing, lass uns nicht drüber reden. Ich glaube, heute ist einfach nicht, wir sollten nicht über den, was passiert ist, sondern was passieren wird reden. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Wird ja vielleicht jemand aus dem Chat sagen, aber ich möchte dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Das ist nicht gut für die Stimmung. Ich möchte auch dieses Kek-W-Emote haben. Ich glaube, ich muss nächste Woche mal Emotes in Auftrag geben. So ein komplett Ballermann. Sag mal, hat der Bentley so viel Tops wie... Habt ihr gerade gesehen, wie der abgehauen ist? Ja. Der ist... Wie? Der weiß ich nicht, wie der immer so rauskommt, der Lübbel. War die ganzen Runden vorher nicht so. Ich schwör. Der könnte dich aber auch mal vorbeilassen. Ja, ne, ja. Was willst du machen? Ja, so ging es noch. Wisse, also jetzt nichts gegen ihn, aber... Wissst du, wie man das eigentlich nennt, wenn man jemanden in so einer Situation vorbeilässt? Rentintelligenz. Nee, eher, Mann. Die scheint halt hier beim Bentley nicht ganz so da zu sein. Na, sei nicht so frech. Nee, nee, ist so. Da gibt's ein Buch. Gibt's bei Amazon? Müsst du mal gucken. Rennintelligenz. Assi. Ja, mit unserem Kek W wäre das geil, Phil Brin. Ich gebe, wie gesagt... Oh, ich gebe das Montag. Mal gucken. Montag oder Dienstag kümmere ich mich mal um. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber wir sind gerade an zwei stehenden Autos vorbeigefahren. Keine Ahnung wie. Aber wir haben es überlebt. Echt? Ist das Buch gut? Vielleicht kaufe ich mir das mal. Ich bin schon nicht so der Leser, aber... Eventuell wäre das ja mal so ein Ding. Oh, der lässt sich halt nicht vorbei, Brudi. Jetzt... Ja, jetzt hat sich er sich... Dazu sage ich nix. Das ist halt... Irgendwann ist es Karma, Chad. Irgendwann ist es wirklich Karma. Ich bin jetzt nicht gemein, aber irgendwann ist es halt wirklich Karma. Einfach weggepontet. Also ich bin ja jetzt schadenfroh, ne? Nee, nee. Wie der, wie der, wie der, wie der den Tod weggeheatet hat. Ich habe es auch geahnt, deswegen bin ich, habe ich lieber auf Abstand gegangen, weil ich das schon kommen sehen habe. Ja, ich auch. Was ist das passiert? Also selber schuld. Selber schuld, ja, kann ich dazu nicht sagen. Also es ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber im Grunde genommen ist es so. Es ist selber schuld. Sag mal, kann das sein, dass Pitwall eigentlich total... So, ich habe jetzt noch acht Runden. Äh, total für den Arsch ist? H, C, B, C. Are you ready? Hallo? Ich merke gerade, meine Luftdrücke sind total im Arsch. Hä, seit wann fährt hier ein V12 mit? Hä? Ball auf Platz 12? What the heck? Äh, ja, ich bin ready. Ich würde jetzt, glaube ich, gleich nochmal ganz kurz, äh, dich für eine Minute alleine lassen und dann... Ja, alles gut. Ich kriege das hin, ich habe einen Chat. Ja, ja, ich weiß. Ab, pullern und hinsetzen. Ich muss nicht pullern meinen. Ach so, okay. V12, hätte ich fast gesagt, ist dann drinne, aber dann ist der Pferd ja nicht. War aber eigentlich nochmal da voll. Ja? Ich glaube, ich habe mich schon mal gefragt, oder? Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ich habe so komisch geschlafen eben. Ich bin aufgewacht, aber komplett durchgeschwitzt. Ich bin mit dem T-Shirt eingepennt. Beide Katzen auf mir drauf. What? Oh, die Katzen lagen auf den Decken. Eine liegt schon wieder hier und die andere liegt wahrscheinlich im Bett. Die kommen wir mal mit ins Bett schlafen. Oh, Schett, wenn er jetzt gleich fertig ist, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Balkon wehben und dann bin ich gleich wieder da, ja? Moment. Ich bin mit dem T-Shirt. Twitch-Man ist meine Kleine. Scheiß Abo-Falle. Untertitelung. BR 2018 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 Nichts. Korrekt. Gut. Wir hatten eh mal ein bisschen Akte X. Zweimal sogar. Vielleicht kann dein Chat mal noch den Clip raussuchen. Hab ich schon. Ach du hast schon gesehen. Okay. Und dann hat man die Bekanntschaft mit SirFog gemacht. SirFog. Ja. Jetzt ist der Tür schon. Auf und auf. Hey. A fucking Ferrari. Dankeschön Anonymous. Bis hier viel Spaß mit meinen Emotes. Bitte für den Sub by the way. Ach was. LOL. Ich hab den nicht gemacht. Ich hab den nur für dich gebetet. Ähm. Hissi hast du für 15 15 eingestellt deine Luftdrücke. Ich frag bloß nochmal nach. Ne 16 16. Soll ich nochmal einen Klick nachschieben für dich? Ja. Ja. Ich glaub kannst du machen. Man schleift da gerade. Ich hab so eine extreme Knoblauchfahne von dem Raps wollen. Ne. Das ist nicht feierlich sag ich euch. Oh. Gut. Sehr schön. Wuh. Eins wildes Audi. Und meine, meine Dings hier. Heute Morgen habe ich mir Haferflocken reingezogen. Die geben auch Vollgas. So ähm. Also schieb jetzt nochmal 0,1 nach. Ja? Ja mach mal. Wie wurde das noch? Äh. Zwei. Okay. Ja ich bin ready. Alles klar. Ich muss es gleich auswählen. Thank you. Du bist auch als äh Mate auf dem Server oder? Äh ja. Ja okay. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt ich bin weg. Tschüss. Peace. Hast du alles richtig eingestellt? Ja ja ja. Ich hab. Damit du heute mit dem Chat reden kannst. They have given 631 Giftsubs in the Channel. Ich hab jetzt ein Sub bei Michel. Jetzt kann ich die guten Emotes benutzen. Die wirklich gut sind. Ich bin immer neidisch auf andere Emotes und hab selber immer nur so Fotos von mir. Ja die sind da auch gut. Na klar. Wenn man da sich so ein anderes Gesicht drin vorstellt sind die gut. Halt dein Schnauze. Ich hab immer noch nicht rausgefunden was das für ein fucking Emote bei Schwarze Bucken ist. Was zur Hölle soll das sein? Wach werden zum Magger anfeuern. Cake Wiggle. Wach werden zum Magger anfeuern. Wir sind übrigens Platz 31 Grad. Ja ja. Ganz wild. Gehen Dank. An. An. Wer ist das? An Herrn Müller. Irgendwie vielen Dank. Wer ist das? Also gar nicht so anrikulichen der Kette. Ja, mach gleich drauf doch. 05. Ja stimmt Ten. elector. Ich vergesse es aber jedes Mal. Bären hat jetzt nächste Runde. Nächste Runde geh ich rein. wenn ich eine runde weniger ich nehme übrigens ein mod vorschläge an das wort also falls ihr irgendwelche ideen was ihr gerne möchtet was hier viel höllenberg hau rein viel Spaß bin da gib mir das auto ich semmels nicht in die wand also ich gebe dir das auto jetzt ja nach zwei stunden wieder ja ohne einen einzigen kratzer ja da habe ich vorhin auch gemacht war gut bis auf die eine bändle der komisch abgewogen ist da kann ich auch nichts dafür ich hoffe dass ich ohne verkehr fahren kann das wäre echt toll ich war heute so am arsch ok ok ich hätte nicht so laut sagen alles gut hab's gerettet ok mach dich ready bin ready möchtest du das auto laufen haben oder stotterst du selber ok laufen also du willst einfach nur gas geben ja ok also mache ich es kurz vorher an ja perfekt finde ich auch perfekt so also ist das topf hat ausgeführt also gibt es bloß gas machst nichts weiter ja an sich dann noch mal durchschalten wegen spiegel habe kein spiegel hast du das kein spiegel ja ok dafür was brauchen blinde und spiegel ne quatsch ach dein schnauze auf dich lieb man ich dich auch gib gas let's go let's go perfekt quatsch mich bitte nicht so viel voll ja ich weiß ich kann das nicht ja ich bin jetzt weg hier ja der Spot sollte offen sein ja die die Okay, putz an. Car on the right, clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the right, clear on the right. Perfect. וך calmer. Okay. timetalabar. Ich lasse dich jetzt mal zehn Minuten allein ja? Ja! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Come on, baby girl. Schnell auf, wer kann schneller als du? Car on the right. Finger on the right. Finger on the car on the right, except one. Oh, ne. Mich ist ein Kumpel. Naja, wir wissen alle, wie das endet hier. Car on the left. We are on the left. Ich bin wieder da, wobei es doch sonst niemand da ist. Aber für euch bin ich wieder da. Hey. Oh, ich würde ja gerne wegfahren, aber ich komme nicht vorbei. Let's me getrunken. Ah, da ist da der Michel. Ah ja, ich rede hier die ganze Zeit. Mir wurde es jetzt gerade mitgeteilt, dass ich im Discord-Chat noch gemutet bin. Hm. Ja, aber ich bin wieder da auf jeden Fall. Warte, Geist. Komm. Ja, ich bin durch und beim Sinten. Ja, und? Alles klappt. Heide in die Jet. Ja, ja. Nicht einen Kratzer. Aber die leuchten sind jetzt ja kaputt durch dieses ständige Außenanschalten, ne? Oh, Jure. Warst du da noch da, wo Sir Fock da war? Ah ja, da war's noch da. Hm. Ja. 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 Der Bosch-Array. Was? Ja, stimmt. Mach mal, mach mal gleich, der Klinik. Ich glaube, es wurde eines bei mir ins Discord gepostet, die ganzen Clips. Die gucken wir uns gleich mal schnell an. Faster, car, come get behind you. Moinsen, 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 moinsen. Und alle. Felix, Tintin. Axelab. Ina. Vahalma. Wildes Toast. Ein wildes Toast. Fangt essen. Bogeball. Tatsächlich. Das ist aber, ich weiß nicht, ob es welchen Toast, also zum Essen sein soll, oder irgendwas anderes, weil da fehlt eigentlich ein A an der Schreibweise. Aber. Felix, natürlich. Beides hat ein springendes Pferd im Wappen, also. Ja, ist extra so. Okay. Ja, ein wildes Toast habe ich auch gerade gespeist. Aber nicht nur eins. Tobi, kein Alkohol am Steuer. Aber Disconnect von Ava. So, komm, wir gucken uns das jetzt mal fixen. hat er gepuntet? Leichter Tap, ja. Ok Chad, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Kein Problem. Ja, hat geschmeckt. Ferrari von Porsche kommt. Ne, Ferrari gab es vor Porsche. Was haben wir mit dem 10. September? Gut, ok, also. Ne, Kaffee. Wir machen ein Augenblick noch. Schnell. Ah, wir können das eigentlich schon machen. Hab ich das vorgespielt? Hat das überhaupt ja, ne? Ach so, das war das 360 von gestern. Ok. Von heute Mitteil, keine Ahnung. Boah, was haben wir noch? Kommt mir nicht klar mit meinem Leben. Was haben wir hier? Ah ja, ok. Gutzi, mach's gut. Wird alles geklippt, perfekt. Er schickt mir ja auch mal die Linksten. Und hier. Im Discord bei Clips. Ah. Also bei mir. Ja, ok. Haben wir gestaped, perfekt. Im Apex lässt er halt später. Ich glaube, mir ist doch ganz sehr gut gefällt dir. Komm mal hier. Ach, das war schon... War das schon vorbei? Ich bin eigentlich nur das hier. Boah, ich bin... Hahaha, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Kann man das Zeitung mal abschieben? Und Leute, ihr kriegt das bei mir auch gleich zu. Wir gucken uns nur jetzt die... The Fog-Ausrasterei an. Das ist echt gut, Mann. So, hier haben wir noch... Ach, das ist hier der Fog-Ausrasterei. Machen wir gemeinsam. Ich hab's auch grad offen. Ja. Warte. Drei. Zwei. Eins. Go. Was willst du von mir? Wtf, Michael? Wtf? Yellow fucker, der fighting unsere trocken ist. Wo ist der Fog, mate? Ja Silly fucker, jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Nein, du wirst was. Ah, jetzt da kam das... Her Michel wieder, macht sich wieder nur Freunde. ich hab nur ihn zitiert hat mit dem allen gar nichts zu tun ist auch meine ohren meine ohren die sie können das licht durchschalten das war ich bin auch noch auf youtube aber für das event hatte ich keine zeit das alles einzurichten deswegen war twitch ein bisschen die schnelleren spannender lösung jetzt nicht auf der bot spielt er war trillieren weil das bei uns nicht geht es wird sich auch ist dieses jahr auch nicht ändern ist auch ein streamer ja bei mir auf dem discord bekommst du es auch ach so die anzeige nee gut ich habe nichts gesagt ach herr je und so feile gemacht perfekt da ist ein freund ja was er hat sich jetzt der hat sich mit dem laufe des rennes dann immer noch aufgeregt oder wie ist das das jahren von oben ja die anfang der oben ist aber auch nicht langsam muss man dazu sagen aber die die pace von jan von oben kann dir sie nicht mitgehen er ist eigentlich recht flott er hat zwar ein bisschen länger gemeckert perfekt das geilste mehr wenn ich ihm dann noch im weg gestanden hätte aber ich glaube da wäre komplett aus gewesen wer ist das geht sehr gut gewann er warte merken wir suchen jetzt einfach mal schreibt mal high rein und wenn wir das machen wir jetzt Da ist es perfekt, doch. Ich werde erst mal Werbung angucken werden. Werbung angucken. Er reagiert nicht drauf, er reagiert nicht drauf. In der Ex-Arbeit. Lass mal einen Follower, lass mal einen Follower bei Soforta, die die jetzt dabei sind. Er ist eigentlich wirklich cool, wenn man es sich anguckt. Don't do it. Ich bin schneller als du. Don't do it. Das haben die die letzten Brunnen gezeigt. Der ist eigentlich echt geil. Den kann man sich angucken. Jemand, der die ganze Zeit rumbeleidigt, ja, absolut geil. Nee, also er beleidigt, der nicht die ganze Zeit, aber ich bin halt nie, dass ich immer aufgeregt. Das ist halt das Lustige. Der V12 ist hier sogar richtig stark, also, oder was ist es genau, stark ist, auf jeden Fall konkurrenzfähig, nennen wir es mal so. Der hat jetzt, der hat jetzt genug Fame, abhaut jetzt. Ich glaube auch, dass er in realen wirkt, dass er in realen wirkt, dass er in realen wirkt, dass er in realen wirkt. Boah, frisch von BOT gekommen ist, war auch noch schärfer drauf, na moin. Nee, nee. Bei Dizzy ist halt so. Ja, wie hier. Ich drücke das jetzt, ich drücke das jetzt am besten aus. Ich drücke es am besten gar nicht aus. Perfekt. Das ist das Beste. Einfach Schnauze halten. Ja, eben, Michel, die wärs. Ja, ja. Ey! Ey! Ist doch noch wies, keine Ahnung, warte mal. Ja, sonst ist der echte, echte, einzig wahre... Ey, Christian heißt der hier. Christian wies, okay? Ja, dein Bruder. Christian und Christopher. Ey, wir kriegen. Ja, Punkwing. Ja, Punkwing. Klammer. Ganz schönes Eis. So, warte mal, wir wollten ja noch was machen, das darf ich nicht vergessen. Also, ich muss jetzt mal hier ein bisschen runterscrollen, dass ich dir da nicht die ganze Zeit ins Stream reinrede, mutig will ich mich mal kurz, äh, frame. Besser ist das. Was, Karl? Alles gut. Alles gut. Ich bin aber auch ehrlich, ich hab kein Ferrari-Shirt, ja? Nicht da entsprechend zu bleiben. Aber ich hab's eigentlich auch nicht vor, an mir eins zu kaufen. Ja, Trillion trotzdem, wenn du jetzt halt die ganze Nacht durchmachst heute, ne? Ähm, dann bist der Mond da genauso im Sack. Also, das kann ich schon verstehen. Alles gut. Es fuhren, glaub ich, zwei oder drei Porsche mit, aber die haben zum... Bis auf einen Porsche haben alle aufgegeben, wenn ich das richtig weiß. Aber kann ich auch verstehen, der Porsche ist hier schon wild. Ähm, ja, ist nur noch einer dabei. Es waren drei, glaub ich. BMW ist aber auch nur noch einer dabei. Das waren auch zwei oder drei. Ja, und Ferrari sind's eh nur zwei gewesen. Ähm, und, äh, der ist ja direkt vor uns. Also, es geht jetzt langsam um den Ferrari-Kone und so. Boah, aber ich sag's, wie's ist, ne? Äh, Lüko, dankeschön für 10 Euro. Danke dir für den Support. Ähm, ja, aber ich sag's, wie's ist, ey, ich bin grad echt... Ich komm grad übelst runter. Also, ich muss auf jeden Fall, wenn ich wieder fahr, muss ich direkt wieder so nach oben schieben. Ich hab's ihm getraus. Ich hab's ihm getraus. Ich hab's ihm getraus. Ähm, ja, aber ich sag's, wie's ist. Ich hab's ihm getraus. Ja, ich hab's ihm getraus. die mühlichkeit die sie fährt jetzt ein doppelstin danach fahre ich wieder ein doppelstin also nach die sie quasi bin ich später dran und da bin ich rein theoretisch auch durch dann habe ich drei doppelstin und dann ist man eigentlich erfüllt sogar max alles klar lange dauert das noch ganz oben in der mitte siehst du nur rückwärts laufen also jetzt hier bei 12 stunden 44 4321 also ja wir haben noch mehr als die hälfte vor uns ja lina alles gut schlaf dich aus und vielleicht sehen wir uns ja morgen noch mal zu den letzten stunden oder so kann ich alles verstehen aus dir jetzt nicht deinen rhythmus am wochenende zerstören das leidwolf dann die durch also ich werde nicht durchziehen ich werde meinen doppelstin fahren dann noch ein bisschen chillen und dann wenn ich wirklich so richtig richtig blüde bin dann gehe ich ja machst du mir wirklich meine meine persönliche schnellste runde kaputt machst du ne natürlich schwebe schwebe noch auf nee der stream bleibt on der stream geht bis ende alles alles ihr hört auch die anderen alles alles irgendwie nur ich werde teilen dann auch mal ein bisschen schlafen ich werde auch nicht lang schlafen aber halt ein bisschen anna cesar nee so haben wir das damals in forza gemacht ne es gibt vom spiel aus server bzw fahrerwechsel ach so du gehst so um zwei jetzt okay jetzt habe ich so stiert und kipp jetzt sorry ja ja Pascal das ist sogar low grafik was ich eingestellt habe zwecks performance aber man der unterschied zwischen guter grafik und schlechter grafik ist gar nicht so immens man merkt es halt an den schatten und an den reflektionen kann ich ja mal just offhand mal ganz kurz die grafik kann ich aber nicht erinnern mal ganz kurz hier auf grafik gehen ihr werdet den unterschied wahrscheinlich nicht feststellen also ihr werdet das muss man halt also wenn man jetzt direkte vorsätze wie ich sehe ich sofort aber jetzt ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so krass sehen aber ja gut wie also klar so funken und so man sieht alles ein bisschen besser flammen hier ne die schatten sind besser mein kleiner nacht ist halt dunkel ne was will man jetzt mehr sehen genau und den bäumen sieht man sehr gut schatten sieht man sehr gut reflektionen wie gesagt auf den autos sind sehr gut aber das kostet halt dann gleich deutlich mehr performance wegen ja war ich das halt nicht wie sie sagen dann geht er mir ein bisschen um sagt weil die haben gerade eben noch so ein bisschen geflackert das tun sie jetzt halt nicht mehr aber stellen sie es wieder oben nicht dass ich es wieder vergesst das habe ich schon mal gemacht denn ist nämlich nicht so spaßig während dem fahren wenn du dann irgendwo fährst jetzt abgelegt Ich hab gar nicht aufgepasst. Egal, diesmal ist vorbei. Sehr gut. Ja, Elmes. Zweie Bahn mit Marzipan. Und los. Ich hoffe, er hat sein Auto nicht kaputt gemacht. Schnell Glück, Chemise. Ich hab ein kurzer Abflug durch den Sand. I know that feel, Brudi. Hauptsache, du hast es gefangen. Oh, diese Knoblauchfahne nach dem Schlaf in der Schnauze. Ich muss nachher unbedingt mal Zähne putzen. Felix, wir wechseln mit jedem Stint. Mit jedem Box ist es so. Das sieht man sogar. Also eigentlich müsstest du es gesehen haben. Oh, fuck. Da holfen dann so ein paar Mannequins ans Auto. Und dann wird gewechselt. Ich sag nix, mein Bruder. Dankeschön für 10 Taps, Mann. Vielleicht ist Platz 31 im Fett. Gute Frage. Ähm. Und da zwei. Botten wir die? Und da eins hab ich... Ah. Gar nicht so weit weg. Aber... Jetzt hab ich Jeff nicht verstanden. Was hat Jeff gesagt? Holen wir auf oder nicht? Ich hab auch. Wollen wir mal ein bisschen messen. Wollen wir mal bis zum nächsten Vektor. Der kommt jetzt gleich. Haben wir einen Abstand zum Vordermann, Jungs? Ja, ich hab gerade gecheckt. Jetzt sind wir halb. Das haben wir uns. Uhuhuhu. Neu. Müßer, wenn er jetzt nicht das Eichhörnchen. Fahr' mir schneller als er. Kann mir das auch einer sagen? Nach dem Berg. Ja, Felix, dann ist klar. Wenn du halt immer weg bist beim Mocken sind, dann siehst du auch kein Reifenwechsel. Auf der Strecke selbst passiert er nicht. Der passiert nur in der Box. Jetzt am besten? Äh, ob wir aufholen, muss ich jetzt erst mal gucken. Es ist auch gerade eben das erste Mal, dass ich den Abstand gecheckt hab. Aber... Äh, es ist der andere Ferrari. Also der einzig andere Ferrari. Also hier geht's jetzt um die Ehre, ne? Ehre! Äh, du hast jetzt... ...Radentil aufgeholt. Also einfach mal weiter bannen, dann wird das schon. Geil. Ja, jetzt ist das sogar 18 Mal ausfüllen. Also wohl zu viel Mal aus. Ich muss mal sagen, ich fühl mich heiß wie Frittenfett, aber lassen wir das. Herr Mies war ein guter Weg, gut leider. Hätte die Sinne geschehrt. Jetzt geht's ab. Ich finde, das war eigentlich die Vorstellung von GT7. Äh, ja cool, dass es jetzt halt konkret wird, dass wir ein bisschen Release haben. Und, äh, ja, ich freu mich drauf auf jeden Fall. Guck's mir gerne an. Dann sehen wir alles Weitere auf jeden Fall. Ich denke mal, so eine halbe Stunde kommt hin, denke ich, ja. Das ist, äh, die sie aber richtig fliegen, ja. Guck mal an. Er ist halt in einem richtig üblen Punkt da vorne drin, der Ferrari, ne? Oh, Tobi. Tobi, lass mich mal in 2-1 fahren, okay? Fürs Ego-Eier. Und dann lassen wir durch. Ganz ehrlich, ich lass eigentlich nie jemand hinter mir durch, wenn der nicht näher als 0,5 Sekunden dran ist, ne? Eine Sekunde, für eine Sekunde von der Ecke springen, ist viel zu viel. Und dann 0,5 oder gar nicht. Also, bin ich ganz ehrlich. Ja, wenn er eine 2-0-0-3 fährt, what the fuck? Er ist einfach mal 2 Sekunden jetzt schneller gewesen, als diese in der letzten Runde. Hallo, everyone. Hallihallo. Wahnsinn, gut geschlafen. Ja, wir müssen verschlafen, aber... Ja, alles gut. Muss auch sein. Ja. Ja. Geht gut voran, jetzt sehe ich gerade. Ja, es ist halt in seiner großen Auszeit, sie nennen wir es jetzt einfach mal, äh... Jetzt eigentlich auch nichts größeres bisschen. Gut, einmal, Dizzy halt einen Unfall gehabt, wo er aber auch echt nicht machen konnte. Und dadurch ist er der Stint quasi, oder der Plan jetzt ungefähr eine halbe Stunde nochmal nach hinten versetzt. Aber seit dort eigentlich, mehr oder weniger, alles jetzt ohne größere Ereignisse. Ich glaube, das habe ich sogar noch beim Einnicken mitbekommen, Moment, das war... Äh... Und die Wand gekippt, sah halt schon gut aus. Richtig, und dann war erstmal... Bisschen, kein Motor Sound mehr zu hören. Ne, dann stand er erstmal, und dann mussten wir halt in die Box, und ja... Boah, aber geht ja jetzt wieder gut voran. Ja, wie gesagt, äh... Ich leide jetzt gerade guten Doppelsinn geballert, meinen Doppelsinn... Oh, ich auch, wenn... Aber hat auch einen guten Einzelsinn nochmal gehabt. Oh! Scheiße, ich wollte eigentlich doppelt frech sein, aber... Lassen wir das mal ein. Das ist doch cool. Also, er hat das Internet gehalten. Alles gepasst. Ja. Genau. Ja, also ich meine, wir haben jetzt noch eine komplette Renn-Halbzeit vor uns. Also, da kann es schon nochmal nach vorne gehen, wenn es jetzt alles zusammenhält. Nein, die obere Tabellenhälfte kann es auf jeden Fall noch gehen. Ja. Das ist definitiv. Man darf ja auch nicht vergessen, es steht jetzt 39 da, aber es waren 44. Also, wir haben hier 5 einfach auch aufgegeben. Die haben wir genauso besiegt. Ja, genau. Also, P22 wäre ja schon die obere Tabellenhälfte. Vorbei, es waren ja auch 2 angemeldet. Nicht angetreten. Könnte man auch hier nicht mehr ziehen. Könnte man auch hier nicht mehr ziehen. Wir strangeln so ein bisschen. Ja, ansonsten Top 20 auch easy. Ja, Top 20 wäre schon geil. Also, das wäre dann, glaube ich, wenn man bedenkt, wie viel wir, also wir waren hier nicht nur einfach in Disconnect, sondern wir waren ja richtig zurück. Wir waren, glaube ich, 2 Runden hinter dem letzten. Sieben Runden hinter dem ersten. Das nach 1,5 Stunden Renndistanz ist schon, äh, schon heftig drin. Schaut doch gut aus. Ist auch irgendwie immer ein ganz geiles Gefühl, weil man dann schneller ist, irgendwie als... Du bist wieder hunder oder nicht. Oder hast du Damage? Weil, wenn du Damage hast, lass mich noch vor. Ähm... Du bremst mich grad aus, aber... Ja, das ist halt natürlich schon, wie ich es gesagt habe, diese hat bis am Anfang richtig getrackert. Und, da habe ich ihm auch mal gesagt, so jetzt ist es mal gut. Oder gehst du eh? Klar, ne? Weil wir waren halt, alle haben halt, oder wir haben halt wegen allen Blue Flag halt bekommen, ja, das ist halt ein... Du musst dich halt schon härter hempfen. Ich halt jetzt auch vorhin im Doppel-Zinn bin ich hier... Also das Ding ist ja, ich will ja nicht drängeln oder so, weil du bist Elfter. Aber ich möchte auch gerne noch eine 2-1 fahren, damit Papa Michel endlich mal stolz ist auf mich. Also lass mich doch bitte einfach vorbeikämpfen, weil ich gerade nicht hier noch... Weil ich mich schluss. Dann plötzlich halt doch wieder 12. Obwohl die Rundenzeiten bei freier Fahrt gleich waren, so. Und dann fängs halt auch, ja. Geil. Aber so ist es halt. Aber so ist es halt. Ja. Moment, ich muss mich noch mal nehmen. Und? Besser ist das. Uh, der Ferrari vor uns taucht so langsam in Delta auf. Uh ja, weniger als 10. Ja. Ja, vor allem hier geht es um die Ferrari-Ähre. Das haben wir ja gesagt. Das ist das Mindestziel. Letzter Ferrari. Viele sind da noch vor uns. Äh, wie? Weißt du jetzt On-Track oder wie? Jaja, Ferraris. Also, wo ist der beste Ferrari? Ja, ich stelle dir jetzt den Weg vor uns. Es gibt ja nur zwei. Es gibt nur zwei? Jaja, die anderen Ferraris haben sich ab- oder umgemeldet. Was ja schon ein bisschen so zeigt, dass der Ferrari hier wohl nicht so geil zu fahren ist. Dass so viele dann doch noch abgesprungen sind. Mhm. Ich meine, das war halt so, ne? Die haben ja so eine Beliebtheits-BOP gemacht am Anfang. Dass, ne, je mehr Fahrzeug genommen wird, desto mehr Zusatzgewicht kommt drauf. Deswegen hatte der Bentley irgendwie 30 Kilo oder sowas. Und dann haben sie aber gesagt, okay, ne, wir machen es jetzt doch nicht. Und ihr könnt noch mal alle umentscheiden. Und dann sind halt ganz viele vom Ferrari halt wieder weg und dann halt Richtung Bentley oder so gegangen. Oder Audi. Die 5? Das ist weg. Beste Auto. Das war das Auto von Vince. Ja, ich weiß. Das hab ich gesehen. Die sind nur 5 unterwegs?! Welklasse. Richtig stark. Richtig Gönnung. Oder ich auch ganz schön spät gebremst. Ohlala. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Hier da wäre mit einer guten Laune. Ich glaube auch, es ist extrem undankbar, wenn man direkt den einen Stint fährt, nach dem halt eben so ein Disconnect war. Und wenn du dann irgendwie da mitten in so einem Pulk rauskommst, aber so ein, zwei Stunden später ist man da wenigstens noch so ein bisschen im Modus drin so, ja, das ist ja optimal, aber hey. sie hat hat halt davor jetzt noch ein power nap gemacht ich glaube er gibt halt auch noch dazu richtig dann so halb blüht noch halt beim aufwachen für eine stündchen oder ich glaube weiß nicht ja er hat noch irgendwie was zu essen gemacht irgendeine druck oder noch ein gesuchter gemein also als ich auch so effektiv viel geschlafen für den 24 letztes jahr hatte ich eine viertelstunde das gesamte event ich bin am zweiten tag auch gar nicht gefahren aber ja gut dann geht es ja jetzt ja wie mir quasi auch ich habe jetzt danach die sich noch mal doppelt sind dann bin ich theoretisch eigentlich ruhig nicht dann kann ich so lange aufbleiben wie es halt schafft max max gut danke fürs dabei sein ich bräuchte übrigens mal meine reifendrücke noch mal bitte nächste runde wenn es geht in die nächste runde naja kriegst du was wärs b ja also mir rechts beide reifen 0 2 drauf um schon mal vor die reifen wenn wir eigentlich singen meine damen und herren sieht so schlecht dem sein was besser verdammt der neue hilfe sich schlecht wie er aus wenn ich jetzt einfach nur nach oben guck und sich immer alles dreht die sterne kommen immer näher Wie läuft es bei euch? Wir holen auf. So langsam, Stück für Stück. Ja, allein wie viel Runden wir halt down waren, weißt du? Allein das wieder reinzufahren. Alter, der Honda ist aber auch wirklich eiserd, ne? Der sollte vielleicht mal das Buch kaufen. Ja, wir haben mal gesehen, dass ihr nehmt... Dieses eine. Äh, seit zwei Stunden... Also ich kaufe mir das, glaub ich, auch mal. Ich muss mal lesen, was da drinne steht. Ja, das ist halt mehr fürs, ne? Da musst du halt das zu 100% durchzubringen, ist schon der halbe Sieg. Ah! Was ist denn? Ähm... Ah! Kennt mir leider grad nicht so. Was sieht das denn? Ich hab jetzt schon, ihr seid ja trotzdem noch vorne dabei. Ja, wir waren ja vor ungefähr einer Stunde waren wir halt P4 und jetzt sind wir halt eine Lap hinter P4. Ja, das ist noch nicht mal Halbzeit. Das ist noch nicht mal Halbzeit. Ja, ja. Ein bisschen mehr so. Huch! Gut, aber dafür seid ihr ja quasi direkt hinter P5, äh, P6 meine ich, was es die Track Position angeht. Ja, genau. Ja, wir sind da tatsächlich ganz gut. Aber toll, wo ist denn der Mercedes denn eigentlich? Der ist ja auch wieder weg. Und der war 5 Runden weg. Ja. Ja. Der Che Che war eigentlich eine Lap hinter uns. 5 Runden schlecht. Ich will noch gerne 1-2 Runden mehr werden. Ja, sag ich nicht. Nein, das nimmt dann gut an. Das ist halt, äh, das ist halt, äh, das ist halt also anscheinend, äh, halt tatsächlich fühlen die sich jetzt grad hier auf dem Berg gerade nicht so, ich finde es nicht so. Das ist sketchy, die Strecke merkt man auch wenn es so kalt wird. Ja. Ja, 14 jetzt. Moinsen, Mangel. Ja, ja. Error 404-Tino-Fond giftet A-T1 zur Trittelnikusen. Ja, aber, so wie Pfeffer fährt halt einfach so seine 2-0-Lied. 2-0-Lied. Ich weiß nicht. Aber, aber, also. Halt einfach anders wild, einfach. Ja, aber ganz, also. Das ist doch nach practice, da kannst du mir jetzt geben, Ray? Ja, dann. Einmal bitte kurz reißen. Du musst dir die drüge geben. Ähm, ja. 27-2. Ja. 26-7. Moment. Also das ist jetzt mit Plus-02 schon. Kannst du das nochmal wiederholen, das letzte? 26-7? Genau. Ja. 26-8. Moment. Ja. Und 26-8. 25-5. Und äh, hinten vielleicht noch. Genau. Perfekt. Dankeschön. Danke von Vince. Du bist ja auch jetzt vorhin gefahren, ne? Ja. Ja, Frau Michel. Doppels sind. Ähm. Ja, nicht gut. Er ist von P2 gehabt. In der Nils. Ja, ich lasse ihn so vorbei und danach denke ich so, hey, irgendwie bin ich eigentlich genauso schnell. Das Problem war halt, er wurde halt nur Verkehr, war durchgelassen, ich musste leider kämpfen, deswegen. Ach so, ja. Das war halt immer, das ist halt den Nachteil dann gespürt, weil die Leute halt dann zum Teil einfach zugezogen haben oder so. Teil auch richtig übel zugezogen, wo ich fast schon einen Unfall verhindern musste. Aber das ist halt der Nachteil, wenn du halt so viel Runden down bist, ne? Und die Leute einfach gar keinen, dann wollen sie es nicht haben. Also du merkst halt richtig, wie manche, manches merken so, okay, du bist schneller, ich lass dich trotzdem durch. Und dann gibt's halt welche, die nur richtig, die kämpfen so richtig hart gegen dich. So nach dem Motto, was, Platz 30 oder noch mehr hinten, die lasse ich nicht vorbei. Das ist irgendeiner, ich weiß nicht mehr, weiß das noch, eben ein Zuschauer. Echt? Der war so heftig, irgendein Bentley, dann hab ich halt einfach die, hab ich halt richtig knallhart gefeindet gegen dich. Also richtig rein, letzte Rille nachzukommen. Zieh nur zu, dann bist du aber der Arsch. Okay. Ja, das ist also manchmal, ich muss ich sagen, also, ich find's zwar eigentlich hier schön, echt zu fahren und ich mach auch Bock, aber manche Sachen, was ich da so teils, teils seh, das ist so... Ja, schade. Ich mein, ey, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich einer der, der schwierigsten Schlecken in der ACC. Und das sind, wir sind alle keine Profis. Ja, jedes Mal. Und von dem her ist es doch eigentlich ein ganz cleanes Rennen. Ja, ne, ich mein jetzt, wo ich sag, wo ich sag, wo ist das alleine, was den Fleck an Sachen angeht, wo ich sag, manche, die sträuben sich da so quer einfach vorbeizulassen. Ja, gut. Ich mein, die Regel wurde ja gesagt, Briefing auf dem Berg halt nicht und auf dem Geraden schon und... Ja, ich weiß, ich weiß, du bist jetzt ja auch nicht dein erstes Endo-Rennen. Ich weiß ja, wie es ist. Manche springen gefördlich von der Piste, um dir Platz zu machen. Und manche, ja, wollen dann Platz machen, machen sie halt sehr ungeschickt so. Das ist halt... Ja, oder manche wie... Ja, Dave? Knicks, ich wollte nur... Ich hab nur kurz daran gedacht, dass die Situation mit A war und dachte so, ach ja. War ein I-Racing auch schon mal davon, aber... Wollt nix sagen, eigentlich. Ich hab nur daran zurückgedacht, sorry. Äh, die Anekdote leider nicht. Ja, das war quasi beim Rechtsknick, ähm, vor den letzten Kurven, auf der Gerade. Ja, ne? Und wenn die Leute sich dann links raustragen lassen, ähm, um dann einen vorbeizulassen und dann halt langsamer werden, während sie sich links raustragen lassen und du dann als Unterherfahrender vom Gas gehst, was insbesondere beim Mittelmotor ja dann nochmal ein bisschen schwieriger ist. Ja, und dann... Ah, er hat's doch super gut abgefangen, also er ist zwar rechts, äh, gegen die Beton-Mauer, aber, ja, also so wenig Schaden, wie man... Ich sag mal so, ich hätte mit deutlich mehr Schaden gerechnet. Ich glaub, das hätte ich mir zu gut abgefahren an der Stelle. Ja, mal hin, da? Beim Ein-Racing bestraft halt Schaden... mit deutlich mehr Zeit. Hihihi. Oh, ja. Ja... Das stimmt. Das ist keine Seltenheit, auch mal eine halbe Stunde in der Box zu stehen. Und Dizis Lieblingsgegner wie der 231, der Bentley auf der 6. Wieso? Haben wir noch mit dem, wo wir noch nicht so viele Runden da... Oder waren wir da schon viele Runden da? Ja, müssten wir ja, aber hat er diskonnect. Äh, genau, der kam halt, also die wollten, die sie halt nie vorbeilassen, und die sie war klar schneller halt. Das ist eh krass. Also der Bentley auf der 6, also so vom Gefühl her sind die noch nie schnellere Pace gefahren als wir, aber die sind alle einfach, glaube ich, fehlerfrei durchgekommen. Das ist aber das nicht. Oh nein... Oh nein! Oh! Ja, 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 ja. Wir haben immer so zwei, drei Sekunden Versatz, das ist zu sehen, ist auch so... Ja, ja, ja. Sieht es auch so, da gibt es nicht gut aus, ich bekomme erst mal gut- Ja, ey, ey, ich lasse es immer ein bisschen offen so. Ja, ey, eyyy. Sehr, 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 sehr Dank, Herr. Ja, ja, Herr. Es war schon öfters die Nackenhaare aufgestellt, als ich, glaube ich, so, bei der Arbeit. Ich habe sie über das Handy noch gehabt und auch, ich war die 231. Ach, okay, dann... Ich weiß, aber das ist ja auch die 231. was meint ihr jetzt mit das war die 23 so auch gegen mich war dass die 231 231 das auto wurde kurz also das weiß ich auf jeden fall wo ich dich in den platten benutzt hatte wo ich gesagt habe bei uns nutzen und damit bleibt ja ja das war ja noch aber an meinem ersten doppelstin genau ja ja genau ja ja aber später vorher bei meinem letzten doppelstin habe ich halt einen band leckert er hat übel tat gefeiert hat gegen uns aber es kann sein dass sie auch die wieder waren ja weil die feinden auch hart sein habe ich nicht trocken welche nummer das war ich habe nur irgendwie sagen so jetzt egal irgendwie auf der allerletzten was war der bb ja der bmw ist leider also er hat sich doch klar jetzt rechts positionieren es ist heute richtig was passiert aber immerhin zieht es ist ruhig der bmw da der schon aufgegeben wir haben ähnlich wilde sachen gemacht der bw ist ja auch etwas verunbefriedigend zu fragen da also so kommt drauf an lauter ich bin ja auch schon jahre bis jetzt ww er kann ja gar nicht anders als dieses teil zu fahren der würde auch gern was anderes waren das würde ja das würde mir empfehlen du wolltest noch was sagen mit arbeit nackenhaare aufsträumen ja das ist so wenn du also weil du das immer verzögerung angesprochen hast raus ich bin das gott wenn ihr höchst du schreien achten weiße und sind und zwei stück später die reinklang das war erst der stadt einfach so maximilian in der grunde also die sie hat jetzt hier nach noch uns sind und dann bin ich leider doch nicht hat euch gemacht dann eingeteilt sie fährt jetzt halt wie gesagt auf den doppelstinn zu ändern und ich ein doppelstinn da kommt die sie wieder doppelstinn dann müsste aber irgendwann aufgestanden sein machen doppelstinn dann müsste michel glaube ich noch einiges tun weil er hat ja quasi bis jetzt sind nur ein doppelstinn jetzt bin ich das arbeitestier hier bei uns war es bisher eigentlich ja patrick und abhängig ist ja auch stattgefahren und wer war halt als er aus der box ist hatte ich ja quasi noch meine drei runden und dann bin ich ja wieder rein da haben wir uns ja kurz genau deswegen habe ich mir auch nicht vorbeigelassen weil ich dachte ich hatte so kalte reifen und so viel schneller ist er nicht ja alles gut das war ja auch okay ja ne ne ich habe sich am blick gehabt ich hätte es ja gesehen genau das problem war nur meine vorderreifen waren leider in die letzten runden schon hinüber wegen fahrer dann immer wieder dran aber sagt ich ich mache es einfach dann einfach im prinzip ist jemand 0,5 sekunden oder näher dran lassen vorbei ist das nicht mache ich es nicht also wegen einer sekunde mache ich kein platz er muss ja das ist schmarrn aber ich würde das begrüßen würden genauso viel als erdeck nicht weil das machen nämlich kaum welche ja das ist ja dann auch die erfahrung ich würde auch nicht behaupten dass ich alles perfekt löse da regen sich bestimmt auch genug über mich auf ist da gibt es auch immer noch möglichkeiten zur verbesserung jetzt kommt bestimmt diese ehrgeizig jetzt gleich wieder über den essen hängt er nämlich schon wieder vor ihm und er hält ihn wieder wie mit auf so wie schaut es aus ja diese hat spaß mit v12 essen den hat er jetzt schon dreimal überholt und dreimal wieder vorbeigelassen ich stehe es im hintergrund ich musste erstmal mit mit chat reden hier das ist komplett gestört was hier gerade abgeht so bekloppt ohne scheiß sind auf 31 noch 5,6 bis 30 alter obertsänger hat mir gestern wirklich sehr gefallen habe ich das schon gesagt aber ich glaube ich habe die verrückte gefeiert ach das war deine echte haare beim haare waschen einfach das herr wachsmittel super super fast genommen so als um deine beine einzureiten oder mich was was soll ich einreiten schnell haar wachsmittel ah ja das steht ja jeden tag rasieren kann oder was genau perfekt ich werde bei mir darum wieder gerufen in der hinsicht wünsche ich euch noch weiterhin viel spaß gutes gelingen durch die nacht so sehe ich halt aus wenn ich eine woche lang meine haare nicht gespürt also alles lange bauten haare rate aller asen asen wer fährt denn dann eigentlich jetzt nach der sie du rai oder was das ist der plan ja und dann aber oder was ist der plan ja okay danach müssen müssen dann macht dann ich glaube ich das nächste mal das ist ja dann acht weil sie hat jetzt noch eine stunde dann hat sich wieder zwei stunden dann aber wieder also die idee halt stoppt nach mir wird die sie noch mal dann kommt aber hat sie aber viel vorgenommen du hast ja auch ein power nap gemacht und glaube ich dass er zwei stunden als so wie ich verstanden habe hat er sich essen gemacht was er da wohl wahrscheinlich gegessen hat und dann hat er irgendeine doku angeguckt hat er gemeint und da blieb da nicht so viel mehr zeit mehr für schlafen also hat die zeit mehr versenken genutzt du fährst ja quasi die letztens die uns alle die geheimwache ist das ende behalten wir wiegen sich in sicherheit dann kommt mich genau dann aber hast du gesehen was ist was tobi pfeffer für zeiten fährt er ist später gemütlich er muss wieder der muss wieder münzen zählen immer vorher also da muss man schon sagen mich ist schon ausgefuft ne also vorhin es wird ihm drauf nicht einfallen sowas zu machen er hat mich überall da und dann hat er was so richtig gemerkt dass das genau weiß die antwort das ist jetzt eigentlich dieser september kannst du mir das noch mal erklären so was genau gehört ich habe es auch noch gestern mit ihm drüber gehabt genau ich wusste genau er weiß es doch nur um die leute abzuholen damit sie doch mal was machen könnten und dann auch noch so gesagt und die sie es erklärt das ist ja dann genauso gut wie twitch prime oder wer twitch prime noch umkriegen hat gerne rein ja die prime ist noch nicht freien wenn man das drin sagt er bett muss sein ja ja aber sowas würde mir halt nie einfach der hätte ich halt übelst schlechtes gewissen ich weiß nicht fragt es gar nicht so dieses leute zu animieren irgendwie geld auszugeben ich denke immer wer supporten will macht es und dafür bin ich sehr dankbar aber die leute drauf anzustimmen das zu machen geht bei twitch prime ist es was anderes weil es kostet die an dem sie nichts außerhalb das amazon prime abo aber das zahlt man denke ich das so oder so aber ja 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 was mich nicht aber ich da kann auch nach hause kritik gehört ich kann nicht was ich sagen ich habe gesagt ich würde das so nie machen aber ist okay du hast du hast jetzt geld nötig wie es scheint wieso ich habe gewusstes ganz sehr gut ist die titanik am eisberg zu spüren so jetzt noch mal nacheinander day was 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 wolltest du jetzt ich wollte wissen was das september ist ach so müssen wir die sie noch mal fragen viel glück boys gib alles kita ich bin's wieder happy day kleiner als drei was denn nix alles gut im apex lässt er halt Fehler so ich muss jetzt mein pudding essen kann sie denn überhaupt leisten so ein pudding das stimmt gaben das stimmt gaben vielen dank für den hohen es 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 jetzt muss er noch den Lennl bekannt geben kann ich hier... geht das nicht mehr auf wer will der Pudding, ja so ein Pudding Deckel abzuweiten da brauchst du halt schon ein bisschen mehr Kraft nee, ich wollte gerade für Glitter die Emote machen aber meine Emote Leiste geht nicht mehr auf bei Chattery das ist sehr belastend ist das Boxen-Shop bereinigt? ja, ich geh mal davon aus, dass das alles Boxen-Shop bereinigt ist äh, sie nimmst noch, der ist nur für den...